Vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja schon vorgestellt worden. Ich gehöre einem relativ kleinen Verein an, das muss man der Wahrheitshalber sagen, der sich jetzt offiziell seit zweieinhalb Jahren für Menschenrechte in Nordkorea einsetzt. Inoffiziell sind wir seit fünf Jahren an dem Thema dran. Viele von Ihnen werden wahrscheinlich wissen, dass das ein Thema ist, zu dem man sehr schwer Zugang bekommt, da Nordkorea ja als das isolierteste Land und abgeschottetste Land der Welt gilt. Und darüber werden wir heute auch sprechen. Und ich habe schon häufiger Vorträge zu dem Thema natürlich gehalten und habe mir da eine Angewohnheit angewöhnt. Ich eröffne das immer mit einem kleinen Video. Das werde ich Ihnen jetzt auch einmal zeigen. Das ist ein Musikvideo aus Nordkorea. Und ich glaube, es gibt Ihnen einen kleinen Eindruck, worüber wir später noch sprechen werden. Das wird heute auch um die Ideologie gehen. Und damit wollen wir erst mal beginnen. Das wird heute auch um die Ideologie gehen. 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 Sie können vielleicht unkommentiert stehen, aber Sie dürfen jetzt schon mal in der richtigen Stimmung für den folgenden Vortrag sein. Eine Frage vorab. War schon mal jemand von Ihnen in Nordkorea? Niemand? Kann ja sein. Man kann ja relativ ungefährdet als Tourist dort hinreisen, wenn man kein südkoreanischer Staatsbürger ist. Zu Beginn, um die Situation, um die Situation zu verstehen, mache ich Ihnen eine ganz kurze Zusammenfassung der Geschichte, wie es zu dem aktuellen Konflikt kommt. Das ist einfach, denke ich, Voraussetzung für viele Punkte, die wir später ansprechen. Da diese Chronologie problemlos im Internet zu finden und nachzulesen, halte ich das wirklich sehr, sehr kurz. Was Sie wissen müssen, die Koreaner blicken auf eine, wie Sie sagen, 5000 Jahre lange Geschichte zurück und waren prinzipiell, haben sie sich als ein Volk, ein Staat verstanden. Und seit es geschichtliche Aufzeichnungen über diese Geschichte gibt, ist das auch belegbar. Wir beginnen mit der Zusammenfassung 1904, als Japan Korea besetzt. Damals ist Korea ein vereinigtes Land gewesen und dort bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges eine sehr brutale Besatzungsmacht ist. Zu Ende des Zweiten Weltkrieges wird Japan als Verliererpartei des Zweiten Weltkrieges natürlich von den Protektoraten und den besetzten Gebeten, die sie in China und Japan hatten, verdrängt. Und Korea hat zu diesem Zeitpunkt eine Analphabetenquote von knapp 80 Prozent. Und die Kultur der Koreaner ist durch die japanische Besatzung schwerst geschädigt worden. Es war verboten, während dieser langen Zeit koreanisch zu sprechen. Man musste japanisch sprechen. Es war verboten, seinen Kindern koreanische Namen zu geben und vieles mehr. Und während der Besatzung gab es auch einen Guerillakrieg gegen die Besatzer. Wie der gelaufen ist, dazu gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. In Nordkorea ist man der Meinung, dass der Guerillaführer Kim Il-sung und Staatsgründer später Nordkoreas die Japaner im Alleingang besiegt und vertrieben hat. Der Rest der Welt sieht das etwas anders. Man sieht es so, dass Japan durch das Ende des Zweiten Weltkrieges von alliierten Truppen entwaffnet und von der japanischen Insel vertrieben wurde. 1945 im August marschieren, das hatte man vorher so abgesprochen, sowjetische Truppen im Nordteil der koreanischen Halbinsel ein und alliiert Truppen Amerikaner im Südteil und entwaffnen die japanische Armee. Und in diesem Moment haben wir historisch auch den Beginn des Kalten Krieges. Nordkorea wird in einer Sitzung, die koreanische Halbinsel wird in einer Sitzung, die knapp 20 Minuten dauert, am 38. Breitengrad geteilt. Man beschließt von amerikanischer Seite, dass Stalin das akzeptieren wird. Und in dem Moment haben wir diese beiden Besatzungszonen. Auch heute noch ist der Grenzverlauf von Nord- und Südkorea relativ genau, dieser 38. Breitengrad. Für Nordkorea soll Kim Il-sung, der Nordkorea als kommunistische Diktatur gründet, oder man würde es dort nicht Diktatur nennen zu der Zeit, eine Ideologie entwickeln, mit der man das Volk relativ schnell auf den Kommunismus einsperren kann. Es gibt bereits kommunistische Kräfte in Korea auf beiden Teilen der Halbinsel. Und er entwickelt die sogenannte Juche-Ideologie, auf die wir später noch eingehen werden. Und die ist bis heute auch ein wesentlicher Bestandteil im politischen Leben der Nordkoreaner. In Südkorea wird ein Exil-Koreaner, Singman-Re, der in Amerika lange gelebt hatte, ich glaube, ich kann das so sagen, als Präsident eingesetzt. Es gibt zwar Wahlen, die liefen aber auf beiden Teilen der Halbinsel sehr undemokratisch ab. Kommunisten wurden im Südteil der Insel verfolgt und gehindert zu wählen zum Beispiel. Im Norden ist etwas unklar, wie die Wahlen abgelaufen sind. Wir können hier jetzt spekulieren, ich vermute, Sie haben eine Vorstellung, dass es dort auch nicht mit ganz rechten Dingen zugegangen ist. Dann beginnt tatsächlich die Situation, die dazu führt, dass das Land heute noch geteilt ist. Im Norden ruft Kim Il-sung die demokratische Volksrepublik Nordkorea aus. Nur, wir nennen das Nordkorea. Er bezieht sich mit dieser Startgründung auf die gesamte Halbinsel, auch auf den Süden. Und wenig später ruft im Süden Singman-Re, die Republik Korea aus und bezieht sich genauso auf den Norden. Bis heute hat Südkorea Nordkorea nicht als Staat anerkannt und sagt offiziell, dass die Grenzen Südkoreas die gesamte Halbinsel umfassen und Nordkorea eine Art politischer Fremdkörper auf dem Territorium ist. Während Nordkorea sagt, Südkorea sei eine immer noch von den Amerikanern besetzt und wäre völlig im Griff der amerikanischen Politik und würde dafür missbraucht werden. Kim Il-sung möchte die Wiedervereinigung herbeiführen mit Gewalt und bereitet einen Angriff auf Südkorea vor. Dafür braucht er die Zustimmung von Mao und Stalin und die bekommt er 1950. Mao war relativ früh bereit, diesen Krieg mit zu unterstützen. Stalin hatte lange gezögert. 1950 gibt er sein Okay und damit ist die Sache beschlossen. Am 25. Juni dann überschreitet die nordkoreanische Volksarmee, unterstützt durch einige russische Piloten, russische Technik und chinesische Technik, den 38. Breitengrad und beginnt den Koreakrieg. Die Geschichtsbücher im Norden stellen das andersrum dar und sagen, Südkorea hätte angegriffen. Wissenschaftlich betrachtet scheint Südkorea mit seiner Darstellung recht zu haben natürlich. Relativ schnell gelingt es der nordkoreanischen Armee, fast die gesamte Halbinsel einzunehmen, da sich die amerikanischen Truppen bereits auf dem Rückzug befanden und Truppen abgezogen haben aus Südkorea. Allerdings ist man nicht bereit, Südkorea aufzugeben und relativ kurz nach dem Beginn des Krieges landen große Truppenverbände mit einem sehr waghalsigen Landungsmanöver etwas unter dem 38. Breitengrad und können die Nordkorener schnell zurückschlagen. Wenige Wochen später, oder Monate, Entschuldigung, steht die Armee der Vereinten Kräfte der südkoreanischen Armee und der Amerikaner zusammen mit einem NATO-Mandat waren auch Truppen aus Kanada und allmöglichen in der Welt beteiligt, schon fast an der chinesischen Grenze. Und in diesem Moment ist bereits die gesamte Halbinsel einmal mindestens von Truppen der Gegenseite eingenommen worden und die Bevölkerung hat bereits sehr stark darunter zu leiden gehabt. Es gibt Säuberungsaktionen auf beiden Seiten gegen vermeintlich Unterstützer des anderen Regimes, es gibt unzählige Kriegstote natürlich, auch reguläre, und es gibt auch Massaker von Soldaten an Zivilisten. In dem Moment, wo jetzt aber diese alliierten Truppen der Südkoreaner und der Vereinigten Staaten an der chinesischen Grenze ankommen, befiehlt Mao großen Truppenverbänden, sogenannter Freiwilliger, wie gesagt, Sie finden das im Detail alles online, deshalb mache ich das jetzt sehr kurz, in den Krieg einzugreifen und drängen die Truppen in einem heillosen Rückzug zurück hinter den 38. Breitengrad. Dort fährt sich dieser Krieg fest. Von der amerikanischen Seite aus werden riesige Flächenbombardements verübt und allein um ihn auszudrücken, welche katastrophale Folgen der Koreakrieg hatte für die Bevölkerung, möchte ich Ihnen eine Zahl nennen. Wir haben in Deutschland während des Zweiten Weltkrieges ja diese Luftschlachten und Flächenbombardements gehabt. Während dieser Feuerstürme in Dresden und Hamburg beispielsweise sterben im Durchschnitt 1,8 bis 2,5 Prozent der Bevölkerung, also in diesen Worst-Case-Szenarien eines Bombardements im Zweiten Weltkrieg. Im Durchschnitt sterben bei den Bombardements in Nordkorea bis zu 7 Prozent der Bevölkerung bei jedem einzelnen Bombardement. Man hatte a sehr schlechte Gebäude, die sehr leicht brennbar sind und man hatte auch von anderer Seite gelernt, wie man diese Bombardements effizienter machen kann. Pyongyang ist nach dem Zweiten Weltkrieg, die Hauptstadt Nordkoreas, eine Ebene. Es sieht nicht aus wie in Berlin, Sie finden vielleicht ein paar Fotos davon, aber es gibt nicht viele. Es ist wirklich eine flache Schuttebene, wo kaum noch ein Gebäuderest steht. Auch Südkorea wird natürlich schwer getroffen. Man beginnt, sobald die Situation sich festgefahren hat, zu diesem Stellungskrieg um den 38. Breitengrad, es gibt ab dann nur noch wenige Truppenbewegungen. Okay, ich muss das ab und zu mal bewegen. Mit Friedensverhandlungen, wo interessanterweise auch China mit am Tisch sitzt. Und Kim Il-sung versucht, diesen Krieg zu beenden. Er bittet Stalin darum, dass er sich für ein Ende des Krieges einsetzt. Der sagt nein. Und droht Kim Il-sung auch mit der Absetzung, falls er eigenmächtig versucht, diesen Krieg zu beenden. 1953 schließlich, es liegt, auch wenn das hier jetzt als einstellendes Datum steht, nicht nur am Tod Stalins natürlich, aber gelingen diese Friedensverhandlungen. Man einigt sich auf einen Waffenstillstand, keinen Friedensvertrag und die Grenze wird dort festgesetzt, wo sie heute noch ist, um den 38. Breitengrad in etwa. Ab diesem Moment haben die koreanische Halbinsel zwei Geschichten. Die eine ist die in Nordkorea, das sehr schnell mit wirtschaftlicher Hilfe aus dem Sowjetblock große wirtschaftliche Fortschritte macht und seiner Bevölkerung relativ schnell Bildung wieder zur Verfügung stellen kann. Nordkorea boomt viel stärker als Südkorea, das noch eine sehr chaotische Geschichte hat, auch Militärdiktatur wird und da Park Chung-hee. Und in den 90er Jahren ändert sich das plötzlich dramatisch. Südkorea ist heute die zehntgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Das ist sehr beeindruckend bei 50 Millionen Einwohnern. Nordkorea ist heute eines der ärmsten Länder auf der gesamten Welt. Und dieser Wechsel beginnt in Nordkorea in den 90er Jahren. Der Staatsgründer Kimmelsung stirbt und zeitgleich gibt es verschiedene Umweltkatastrophen. Durch verschiedene Fehlplanungen, zum Beispiel Forstwirtschaft, werden Ernten zerstört, gibt es Überschwemmungen immer wieder. Das ist bis heute ein großes Problem. Und die Nordkoreaner bezeichnen diese Epoche als den Langen Marsch. Das klingt leider jetzt weniger schlimm, als man sich das vorstellen muss. Wir reden von einer dreijährigen Hungersnot, in der eine unbekannte Anzahl an Menschen stirbt. Es gibt Schätzungen, die gehen zwischen einer und bis zu drei Millionen. Ich kann Ihnen das nicht sagen, niemand weiß, wie viele dort tatsächlich gestorben sind. Es kommt interessanterweise zu praktisch kaum oder gar keinen Aufständen gegen das Regime, das zum Teil auch Hilfslieferungen aus Prestigegründen ablehnt. Im ersten Jahr dieser Hungerkatastrophe kriegt der Rest der Welt das gar nicht mit. Seitdem können Sie in den Medien verfolgen, die Situation ist weiter gespannt. Sie wissen, dass Nordkorea inzwischen Atommacht ist, regelmäßig Atomwaffen testet und die Situation sehr festgefahren ist. Es gab nochmal eine kurze Epoche der Wiederannäherung. Das würde jetzt ein abendfüllendes Thema sein, darüber zu sprechen, die sogenannte Sonnenscheinpolitik. Ich glaube, das reicht als Einführung, um die Geschichte zu verstehen, wie wir zu der heutigen Situation kommen. Und, Andesha, gibt es bis dahin eine Zwischenfrage noch zum Verständnis oder habe ich das verständlich darstellen können? Ja? Hier gilt, wie für vieles, wir wissen es nicht genau, Nordkorea hat nach Eigenangaben zwischen 24 und 25 Millionen Einwohner. Es können ein paar mehr, ein paar weniger sein, wir wissen es nicht ganz genau. Genau. Noch eine Verständnisfrage soweit? Nicht? Okay. Das hier, was Sie hier sehen, das Bild habe ich als einen schick schnell gewählt, ist die demilitarisierte Zone. Das ist ein Ort, den man als Tourist auch besuchen kann, der einfach eine Sache sehr schön ausdrückt. Sie sehen diese ganzen Stoffbänder überall, das haben Sie an ganz vielen Stellen an dieser Grenze. Das sind die verschiedenen Wünsche der Wiederannäherung. Sie kennen das auch noch aus der Zeit, als Deutschland geteilt war. Beide Seiten möchten emotional eine Wiedervereinigung erreichen. Politisch ist das im Moment extrem unrealistisch. Hier sehen Sie noch mal einen anderen Punkt. Die Grenze zwischen Nord- und Südkorea, müssen Sie sich so vorstellen, ist die am schwersten bewachte Grenze der Welt. Da stehen sich in etwa zwei Millionen Soldaten kampfbereit gegenüber. Nordkorea hat bei knapp 25 Millionen Einwohnern die viertgrößte Armee der Welt an Truppenstärke. Das klingt jetzt sehr schockierend. Man muss sich klar machen, dass die Armee dort auch ganz viele wirtschaftliche Aufgaben hat, auch als Bauarbeiter eingesetzt werden. Und dergleichen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich für ein Land, das immer wieder mit Ungarnsnöten zu kämpfen hat, sehr unverantwortlich. Von südkoreaerischer Seite aus sieht die Grenze dann so aus. Hier können Sie als Touristen natürlich nicht hin. Das ist eine zwei Meilen breite demilitarisierte Zone, wie man das nennt, wo also keine Truppen rein dürfen. Und es gibt manchmal auch Zusammenstöße dort noch oder kleinere Eskalationen. Allerdings in den letzten Jahren nichts, was wirklich, ich sag mal, das Eskalationsprozent des Krieges hätte. Meiner persönlichen Meinung nach ist es auch so, dass auch Nordkorea es auf keinen Fall so weit kommen lassen möchte. Von südkoreaischer Seite aus versucht man sich auf die Wiedervereinigung sehr gut vorzubereiten. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie an die deutsche Wiedervereinigung denken, waren die Bedingungen sehr viel günstiger als dort, aus ganz vielen Gründen. Sie haben in Südkorea zwar die zehngrößte Wirtschaftsmacht der Welt, aber Nordkorea ist derart arm, unterentwickelt und politisch schwierig. Die Menschen dort, darauf kommen wir dann gleich, sind ideologisch derart indoktriniert. Wir sehen das bei Flüchtlingen, die aus dem Land kommen, die brauchen Jahre, um überhaupt zu begreifen, dass sie ihr Leben lang inhaltlich betrogen wurden. In welchen Beispielen, das mache ich Ihnen gleich noch deutlich. Und so versucht Südkorea alles Mögliche, um sich darauf vorzubereiten. Es ist allerdings so, dass das wohl meiner Meinung nach und auch der Meinung vieler anderer nicht für Südkorea alleine zu stemmen ist. Eine Wiedervereinigung wäre ein internationales Projekt und müsste international unterstützt werden. Hier sehen Sie eine Bahnstation, die direkt an der demilitarisierten Zone aufgebaut wurde. Und wie Sie hier auf dem Schild sehen können, die Schienen sind bis zur Grenze verlegt, um möglichst schnell wieder Infrastruktur im Norden aufzubauen. So etwas können Sie sich als Tourist angucken. Damit steigen wir jetzt direkt in das Thema Nordkorea ein. Sie werden wahrscheinlich in der letzten Zeit oft in Medien darüber gelesen haben. Es gibt immer mehr Dokumentationen zu dem Thema. Seit drei Jahren ist das in Deutschland relativ häufig in der Tagesordnung. Und Sie werden in fast jedem Artikel in der Dokumentation hören. Wir können wenig darüber wissen. Wir haben keine Zugangsmöglichkeiten. Wir können nur schätzen. Sie werden vielleicht wissen, dass man, was ich anfangs schon sagte, als Tourist dort einreisen kann. Und vielleicht haben Sie das Gefühl bei Dokumentationen, dass die sich nicht wirklich frei bewegen können oder objektive Interviews dort führen. Wir haben, als wir mit unserer Arbeit begonnen haben, nach Möglichkeiten gesucht, an Informationen heranzukommen. Das möchte ich jetzt einleitend sagen. Bitte haben Sie Verständnis, falls ich einzelne Fragen oder so mal nicht beantworten kann. Deswegen ist es eine etwas sicherheitspolitisch schwierige Region, wie Ihnen klar sein muss. Und auch mit dieser Region zu arbeiten, ich werde manche Dinge vielleicht nicht beantworten können. Dann haben Sie bitte Verständnis. 2013 haben die Vereinten Nationen einen Untersuchungsbericht endlich zu Nordkorea aufgestellt, in dem, ich glaube, etwas über 80 Zeugen verhört wurden, gehört, Entschuldigung, das war ein Versprecher, die aus Nordkorea geflohen sind. Es sind im Moment 27.000 bis 28.000 Nordkoreaner, die bereits in Südkorea leben. Das Thema Flüchtlinge kommen wir später noch. Und die werden im Rahmen der Einbürgerung in Südkorea alle vom dortigen Geheimdienst etwa zwei Monate, früher war es ein halbes Jahr, auf den Einstieg in das Leben vorbereitet. Und es wird natürlich auch untersucht, dass man keine Spione einschleust, was trotzdem manchmal noch gelingt. Das heißt, man kann hierüber eine gewisse Faktenlage über Nordkorea bekommen. Was klar sein muss, Sie kennen das vielleicht, wenn Sie mal mit Menschenrechtsthemen zu tun haben, Opfer haben oft eine etwas eigene Wahrnehmung ihrer Biografie, das kann man psychologisch erklären und kann Ihnen das selten vorwerfen. Es gab auch im Fall dieses Untersuchungsbericht leider einen Zeugen, der nicht wahr ausgesagt hat. Seine Biografie ist in etwa genauso schlimm wie das, was er dort ausgesagt hat, war halt nur chronologisch völlig anders. Das sind Probleme, mit denen Sie bei dem Thema Nordkorea immer zu tun haben. Ich habe inzwischen im Rahmen meiner Arbeit vielleicht 30, 35 Nordkorener persönlich kennengelernt. Und kann einfach sein, es sind Menschen, die schwer verstört sind durch das, was sie erlebt haben und durch das, was sie erleben, wenn sie aus Nordkorea in ein, ich möchte nicht normal sagen, in ein anderes Land kommen. Das ist sehr schwer zu fassen ideologisch und daher kommen solche Probleme. Dieser Untersuchungsbericht, ganz kurz noch zwei Sätze dazu, sagt fünf Punkte ganz klar aus. Erstens, Nordkorea betreibt staatlich Sklaverei, Völkermord am eigenen Volk, das wurde als begrifflich dann als politischer Genozid bezeichnet. In der Regel ist ein Völkermord etwas, wo eine Minorität eine andere umbringt oder ausrottet. Hier ist es so, dass eine politische Klasse ausgerottet werden soll. Das werden wir auch noch gleich behandeln. Dann hat die Untersuchungskommission wortwörtlich mehrfach darauf hingewiesen, dass die Schwere der Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea durchaus mit dem Verbrechen der Deutschen im Dritten Reich gleichzusetzen seien, am Schwierigkeitsgrad. Und das ist ein Punkt, warum meiner Meinung nach es sehr wichtig ist, dass sich auch europäische NGOs anfangen, um dieses Thema zu kümmern. Dann hat der Bericht ganz klar gemacht, die politische Führung, die oberen paar hundert Leute tragen die Verantwortung an dem, was dort vor sich geht. Und fünftens haben sie eine richtigen Empfehlung rausgegeben, was man eventuell international tun könnte. Wenn Sie jetzt in den Medien nachlesen über Nordkorea, dann gibt es manchmal sehr merkwürdige Statements. Ich habe Ihnen jetzt mal eins mitgebracht, was durch die Zeitung ging. Der Herr André Lüthi, das ist der Geschäftsführer von Globetrotter, hat ein Interview gegeben, nachdem er Nordkorea kürzlich besuchte. Und er beschrieb das Land wie folgt. Es ist ein Land, in dem die Leute auf einmal entspannt seien, die Universitäten seien gut. Nordkorea hätte eine der niedrigsten Analphabetenquoten in ganz Asien. Produkte aus den USA seien dort inzwischen legal. Das war früher etwas, was eventuell ein Lager für politische Gefangene gebracht hätte. Und es sei ein Land, wo man als Tourist super hinreisen kann. Ich will dem Herrn jetzt natürlich keine wirtschaftlichen Interessen unterstellen, auch wenn Nordkorea inzwischen sehr auf Tourismus setzt. Aber die Frage ist, wie kommt sowas zustande? Und deshalb fragte ich, ob jemand von Ihnen mal da war. Denn Nordkorea, das wird aus vielen Berichten nicht klar, ist sehr an seinem internationalen Image gelegen. Als dieser Bericht der UN rauskam, hat Nordkorea zum ersten Mal relativ panisch und kopflos reagiert. Man wusste nicht, wie man damit umgehen soll. Natürlich wissen die selbst, dass die Form, wie sie ihr Land betreiben, vom Rest der Welt, bis auf wenige Ausnahmen, die sich bei Abstimmung dann enthalten, als absolut menschenverachtend wahrgenommen wird. Aber man möchte es revidieren. Nordkorea leugnete als erstes alles, dann gaben sie zu, dass sie Lager für politische Gefangene betreiben. Dann veröffentlichen sie auf einmal einen Bericht über die Menschenrechtsverbrechen der Vereinigten Staaten von Amerika. Also es gab unterschiedlichste Ansätze in ganz kurzer Zeit, um irgendwie darauf zu reagieren. Touristen werden aus zwei Gründen ganz gezielt nach Nordkorea geholt. Das eine ist politische Lobbyarbeit nach außen. Wenn sie als Tourist nach Nordkorea fahren, sind sie dort sicher. Es sei denn, sie verstoßen gegen die Spielregeln. Sie werden nicht in der Lage sein, alleine das Hotel zu verlassen, ohne mindestens einen Begleiter. Sie werden dort nur ausgewählte Stellen besuchen dürfen. Sie werden nicht in Leben gehen dürfen. Sie werden kaum mit der Bevölkerung interagieren dürfen. Und wenn sie mal zufällig zum Beispiel in einem Park auf eine grillende Großfamilie treffen, die sie freudestrahlend einlädt und dort mehr Essen hat, als sie je gesehen haben, dann können sie sich die Frage stellen, ob das authentisch ist oder das Regime, das vielleicht Ihnen ziniert hat. Das bedeutet, viele, die Nordkorea besuchen, haben ein völlig anderes Bild als das, was die Flüchtlinge aus Nordkorea beschreiben. Und glücklicherweise sind inzwischen so viele geflohen, dass die sehr häufig sagen, sie mussten sich mit solchen Touristen auseinandersetzen. Sie mussten für die dann zufällig auf der Straße mit hunderten Leuten fröhlich tanzen. Sie mussten Gebäude renovieren, bevor die Touristen wieder irgendwo hinkamen. Es gibt Berichte, dass zum Beispiel Geschäfte in Laufweite der Routen, wo Touristen langgehen, dann mit Plastikfrüchten und Lebensmitteln bestückt werden, ohne Ende, um die zu täuschen. Und es gibt auch einige Videoaufnahmen, wo sich mal jemand wirklich Zutritt verschafft hat und zeigt, dass das Plastik ist. Man muss sich hier hüten, Nordkorea prinzipiell generell zu dämonisieren. Sie dürfen nie vergessen, was dort auch immer passiert. Es sind völlig normale Menschen in jedem anderen Land, die aber in einem sehr furchtbaren politischen Regime leben, was deren Verhalten kriegt. Solche Bilder gehen im Moment auch öfter mal um die Welt. Und hier werden Sie aus zwei Gründen vielleicht staunen, wenn Sie schon ein bisschen was über Nordkorea wissen. Denn Sie sehen hier eine Werbung. Moment. Und bisher hieß es in Dokumentation im Prinzip, es gibt dort keine Werbung. Und diese Werbung wirbt für die nordkoreanische Automarke Peace Motors. Und hier haben Sie sogar einen großen Fernseher für Public Viewing. Allerdings statt Fußball läuften hier Nachrichten und Propaganda. Und Sie können trotzdem mal in der Bevölkerung sehen, dass der Wohlstand dort auch nicht wirklich Einzug gehalten hat. In Pyongyang lebt die politische Elite des Landes. Und wer in Pyongyang lebt, hat ein relativ gutes Leben verglichen zum Rest der Bevölkerung. Solche Bilder verunsichern Sie natürlich. Sie würden wahrscheinlich nicht denken, dass so ein Regime aussieht, das ungefähr 120.000 Menschen in Lagern für politische Gefangene einsperrt, auch auf Lebenszeit. Sie würden nicht denken, dass es hier regelmäßig öffentliche Hinrichtungen gibt, auch in Stadien und dergleichen. Das Regime ist sehr bemüht, dieses Image möglichst zu ändern, indem es sich sehr fortschrittlich zeigt. In Pyongyang haben Sie zum Beispiel heute auf einmal Autoverkehr. Das hat auch damit zu tun, dass es der Elite des Landes immer besser geht. Dazu, warum das so ist, kommen wir noch. Dann gibt es noch zwei Punkte, die in dem Bericht stehen, die ich Ihnen schnell erklären möchte. Und zwar, mir wird sehr häufig die Frage gestellt, warum funktioniert das? Warum gibt es in diesem Land keinen Widerstand, wo so viele Menschen zwar nicht unbedingt hungern, aber wenigstens unter Mangelernährung leiden, was ja auch schwere körperliche Schäden hat. Zum Beispiel, wenn Sie als Kind Mangelernährung sind, können Sie Hirnschäden davon tragen. Und hier gibt es zwei Mechanismen, die man kurz erklären sollte. Das eine ist das sogenannte System von dem Ibn in Bands. Das ist ähnlich wie in der DDR, das sind Wohngemeinschaften, die mit einer Art Blockwarten funktionieren, wo sich jeder untereinander ausspitzeln muss. Und die gemeinsam Arbeitsdienste machen und sich gegenseitig bewachen. Das Problem, wenn Sie jemanden nicht denunzieren, werden Sie bestraft und die Strafen Nordkorea sind unfassbar hoch. Das zweite ist der Bovibu, das ist der nordkoreanische Geheimdienst, der jederzeit sich zu jeder Wohnung ohne jede Begründung Zutritt verschaffen kann, der zuständig ist, die Bevölkerung zu überwachen, zu bespitzeln. Es gibt leider keine Zahlen, wie viele Leute da tatsächlich arbeiten. Aber es gibt definitiv viele Berichte, dass die auch außerhalb Nordkorea, zum Beispiel in China unterwegs sind, um dort Flüchtlinge zu finden und dafür zu sorgen, dass die zurück abgeschoben werden. Wie kann man in einem UN-Bericht, haben sich viele Leute als der Auskampf gefragt, beweisen, dass es diese Lager gibt, von denen da auch immer wieder die Rede ist. Sie haben das wahrscheinlich in Medien gehört. Inzwischen sind es noch fünf, es waren mal sechs Lager für politische Gefangene. Es gibt eine berühmte Videoaufnahme, das ist ein kleines, verpixeltes, ruckeliges Bild, um ehrlich zu sein, das sagt Ihnen sehr wenig. Aber hier will ich an einem Beispiel mal zeigen, wie man diese Daten erhoben hat. Sie sehen hier auf der linken Seite eine Handzeichnung einer Frau, die etwa 20 Jahre in so einem Lager gelebt hat und dann durch eine Amnestie freikam und später sogar aus Nordkorea fliehen konnte. Und derartige Zeichnungen kann man zum Beispiel mit den Satellitenbildern vergleichen. Sie könnten zum Beispiel, wenn Sie das mal hier selber sehen möchten, auf einer, wie haben Sie das vorhin so schön genannt, bekannten Suchmaschine oder so, handelsüblich, DPRK Map Scan eingeben. DPRK ist Englisch für DVRK, also Demokratische Volksrepublik Korea. Und dort finden Sie die Koordinaten und können sich über Google Earth problemlos diese Lager angucken und abgleichen. Sie sehen hier zum Beispiel einen klaren Unterschied, das sieht schon anders aus, auch der Verlauf des Flusses. Sie können aber sehen, und so hat die Untersuchungskommission unter anderem auch gearbeitet, dass die Struktur von dem Lager derart ähnlich ist, dass derjenige dort drin gewesen sein muss, um das so detailliert angeben zu können. Wo ist welches Gebäude und so weiter. Und das war zum Beispiel einer der Mechanismen. Dann, und jetzt mute ich Ihnen ein paar hoffentlich nicht zu verstörende Bilder zu, ist es so, dass, ich sagte, es sind ungefähr 28.000 bereits in Südkorea und die werden alle verhört. Die sind Menschen, die jetzt in so einem Lager waren, natürlich psychisch gebrochen. Und die verarbeiten das mit Kunst, mehr oder weniger. Also sie zeichnen oft Dinge, die sie in diesen Lagern erlebt haben. Nun ist das natürlich sehr individuell, wie jemand so eine Zeit erlebt. Was aber sehr schnell auffällig wurde, die Berichte von Leuten, die sich nicht gekannt haben können, decken sich sehr gut darin, wie diese Lager funktionieren, welche Form von Willkür und Bestrafung dort herrscht. Bei den Lagern für politische Gefangene ist es so, da kommt man rein, um dort drin zu sterben. Die Überlebenserwartung scheint so im Durchschnitt bei vier, fünf Jahren zu liegen. Sie werden durch massive Zwangsarbeit und absolute Unterernährung dort sozusagen, müssen sich zu Tode arbeiten. Und es gibt wenigen, denen die Flucht daraus gelungen ist. Und es gibt ein zweites Lagersystem zur Umerziehung. Da kommen sie, wenn sie Glück haben, auch lebend wieder raus. Aber es ist natürlich trotzdem eine furchtbare Zeit, wo sie auch Zwangsarbeit und wenig Essen erleiden müssen. Allerdings mit der Chance, tatsächlich wieder frei zu kommen. Das ist jetzt das Schlimmste, was ich in dem Rahmen zumute. Es gibt noch ein großes Problem in Nordkorea. Und das ist, dass innerhalb der Ideologie eine Rassenideologie herrscht. Nordkorea hat ein großes Interesse daran, die koreanische Rasse reinzuhalten. Und da es große Flüchtlingsströme gibt, die zum Beispiel nach China fliehen, und wenn sie dort erwischt werden, zurück abgeschoben werden, kommt es sehr häufig vor, dass in Nordkorea Frauen, die zum Beispiel von den Chinesen schwanger sind, die ihre eigenen Kinder töten müssen und dergleichen. Es gibt Zwangsabtreibungen und dergleichen. Und das ist eine Zeichnung, wie das in so einem Lager vonstatten geht. Inzwischen ist relativ klar, das System eine Lager, wir wissen in etwa, wo die liegen, wir wissen, wie viele Leute da circa drin sind, weil man die Leute befragen kann. Es sind auch durchaus mal Wärter von solchen Lagern später geflohen. Und daraus ergibt sich ein relativ klares Bild, wie dieses Lagersystem funktioniert. Früher hieß es immer, da seien 200.000 Menschen drin. Heute kann man davon ausgehen, es sind nur, in Anführungsstrichen, 120.000. Also man hat eine sehr klare Vorstellung. Und in dem Moment, wo diese Informationen sich häuften, fing Nordkorea an zuzugeben, dass es solche Lager gibt. Natürlich stellen sie das deutlich anders dar, als die Opfer das darstellen, aber das muss ich, glaube ich, nicht weiter darauf eingehen. Wir arbeiten an dieser Menschenrechtsthematik aus dem ganz einfachen Grund, es gibt unheimlich viele Krisenherde auf der Welt, weil wir sind überzeugt, dass ab einem gewissen Grad der Menschenverachtung Projekte Priorität haben sollten. Und in Nordkorea läuft dieses System seit knapp 60 Jahren. Eine Intervention ist sehr, sehr schwierig, aufgrund einer sehr komplexen politischen Interessenspolitik aller großen Nachbarstand. Das ist also wirklich nicht leicht, Sie können da nicht mit einem schnellen Ende rechnen. Allerdings ist es auch so, dass ich in ganz Europa, also ich kenne in Europa fünf NGOs, die sich mit diesem Thema befassen. Davon gehören wir mit zu den Größten und wir haben eine Halbtagsstelle und neun Ehrenamtliche. Das bedeutet, da ist Luft nach oben und wir hoffen durch Vorträge wie heute auch klar zu machen, warum das wichtig ist und hier fehlt auch zum Beispiel Forschung noch sehr stark. Jetzt möchte ich Ihnen noch etwas mehr über das politische Modell Nordkorea erklären. Es heißt ja immer, es sei der letzte kommunistische Staat oder das letzte sozialistische Regime und da erwartet man eine Art klassenlose Gesellschaft oder den Weg dorthin. Und Sie werden, wenn Sie sich danach informieren, schnell feststellen, das Gegenteil ist der Fall. Nordkorea hat mit Kommunismus oder Sozialismus relativ wenig zu tun. Es ist unserer Meinung nach eher ein faschistoides Regime. Sie haben in Nordkorea, und ich hatte ja vorhin schon gesagt, es ist laut UN ein politischer Genozid, ein Klassensystem, was aus drei Klassen besteht, das nochmal in 51 Unterklassen abgewertet ist. Und Sie sehen ja in den Zahlen 28 Prozent, die loyal eingestuft werden. Das ist die Elite des Landes, denen es einigermaßen gut geht und die dort auch einigermaßen sicher leben. Also wirklich sicher ist niemand. Kritik an einem der drei Führer ist ihr Ende, egal in welcher Klasse sie sind. Die 45 Prozent, die als schwankend eingestuft werden, sind aus der Perspektive eines Menschenrechtlers, leben die unter höchst bedenklichen Umständen, außerhalb der großen Städte auf dem Land, wo die Versorgung katastrophal ist. Und die feindliche Klasse, deshalb wurde das als politischer Völkermord bezeichnet, soll weg. Das sind Leute, die zum Beispiel Großeltern hatten, die mit den Japanern in der Besatzungszeit zusammengearbeitet haben. Und in Nordkorea ist man im Rahmen dieser Rassenideologie auch der Meinung, dass sich sowas wie Verrätertum über das Blut vererbt. So werden sie zum Beispiel in Nordkorea als Familienvater, der zum Beispiel einen leicht rebellischen Sohn hat, vor einem Problem stehen. In Nordkorea gilt sippenhaft für drei Generationen. Und wenn Sie jetzt einen Sohn hätten, der, sagen wir mal, sich kritisch äußert, da reicht es schon, sich über zu wenig Essen zu beschweren, müssen Sie entscheiden, ob Sie den Sohn melden, der dann im Zweifel ins Lager kommt, aber Sie haben vielleicht den Rest der Familie gerettet. Wenn Sie das nicht tun und er wird erwischt, dann gelten Sie als mitschuldig, drei Generationen einer Familie und werden bestraft. Man kann hier auch, das muss man auch sagen, es gibt kein klares Rechtssystem dort. Das ist so ein bisschen nach politischer Wetterlage. Früher wurden Flüchtlinge, die Nordkorea verlassen haben und zurückdeportiert wurden, in der Regel umgebracht oder lebenslang in ein Lager für politische Gefangene eingesperrt. Heute ist das anders. Durch die großen Flüchtlingszahlen macht man das nicht mehr. Heute werden die sehr hart umerzogen, wie man das dort nennt, und dann manchmal in der Gesellschaft wieder etabliert. Was aber passiert? Sie werden im Klassensystem abgestuft, in die feindliche Klasse natürlich. Dieses Klassensystem entscheidet über Ihr gesamtes Leben komplett. Zum Beispiel über medizinische Versorgung. Das sind Bilder, die wir mal machen konnten aus einem Vorzeigekrankenhaus. Das ist kein Abfall, den Sie hier sehen. Das sind Instrumente, die dort präsentiert wurden, die im Regelmächsten gebraucht sind. Nordkorea hat ein solches Problem, an Medikamente zu kommen. Selbst kann man das noch nicht richtig herstellen. Sie haben Glück, wenn Sie dort medizinische Hilfe bekommen, dann gehören Sie zur oberen Klasse. Allerdings ist es so, das haben wir schon sehr viel gehört, auch von Ärzten, die im Land über NGOs zum Beispiel geholfen ausgebildet haben, dass Operationen auch durchaus ohne Narkose stattfinden müssen, weil die Mittel fehlen. Dann benutzt man Schnaps, wenn vorhanden. Also in der Unterschicht haben Sie einfach verloren, wenn Sie irgendwie krankwerdende Behandlung brauchen. Welchen Zugang Sie zum medizinischen Dienstleistungsbekommen regelt dieses 51-stufige Klassensystem? Dasselbe, die Batterie glaube ich leer. Ja. Manchmal werden Touristen durch Vorzeihkliniken geführt, die dann anders aussehen. Da haben Sie im Eingangsbereich natürlich immer die Bilder, wie Kim Il-sung die Klinik besucht. Und Kim Jong-il erläutert hier gerade, wie wichtig eine gute medizinische Versorgung ist. Das Problem ist, dass Nordkorea sich inzwischen so weit von dem Stand in anderen Ländern distanziert hat, dass die selbst gar nicht mehr oft mitkriegen, wie lächerlich sie sich mit solchen Darstellungen machen. Und oft gar nicht realisieren, dass einem westlichen Besucher des Landes, dass der darauf nicht mehr reinfallen kann einfach, wenn er sieht, was dort vor sich geht. Wie gesagt, das ist hier ein Vorzeigekrankenhaus gewesen. Oh, und hier habe ich heute leider kein Foto mehr einbauen können. Ich habe es auch vorhin schon in etwa gesagt. Also als Tourist, wie gesagt, ich wollte mich hier nochmal darauf beziehen, ein Beispiel zeigen. Es gibt verschiedene Reisentouren, die bieten an, nach Nordkorea zu fahren. Und ich hatte ja gesagt, Nordkorea möchte den Tourismus ausbauen. Was bekannt ist, ist Folgendes. Der nordkoreanische Geheimdienst, es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Abteilungen aufgestaffelt. Der Bovibo, den ich vorhin ansprach, die Geheimpolizei ist zuständig für die Loyalität der Bürger und potenzielle Verräter zu finden. Aber auch der Tourismus ist dem Geheimdienst unterstellt. Und zwar der Abteilung, die heißen dort übersetzt Zimmer 38, für die Wiesenbeschaffung. Das heißt, es ist ganz klar, Nordkorea hat durch die ganze Sanktionspolitik kaum Möglichkeiten, an irgendeiner Form der Wirtschaft teilzunehmen. Touristen ins Land lassen, wird aber von vielen Seiten sehr positiv gesehen. Die Idee, sie können mit der Bevölkerung vielleicht in Kontakt kommen, sie bringen ihre eigenen Ideen von Freiheit, Demokratie und so weiter mit. Ich habe Ihnen aber auch erklärt, wie das von nordkoreanischer Seite aus gesehen wird. Das heißt, wenn Sie vorhin als Tourist hinzufahren, ich werde Ihnen nicht sagen, tun Sie es nicht, aber wägen Sie ab, dass Sie die Wiesen ins Land bringen und dass Sie wahrscheinlich nicht authentisch mit irgendjemandem dort interagieren können in irgendeiner Form. Juche ist das Kernelement der nordkoreanischen politischen Ideologie, was den gesamten Alltag jedes Nordkoreaners prägt. Haben Sie schon mal dieses Bild hier oben von diesen Massenveranstaltungen, hat das schon mal jemand gesehen von Ihnen bestimmt, oder? Das gibt es Fernsehen. Das wirkt auf den Fotos immer etwas kleiner, als das ist, also in dieser Wand da hinten mit den Bildern. Das sind junge Jugendliche und auch Schulkinder, die das jahrelang üben. Die halten Karten hoch und damit werden da auch zum Teil sogar bewegte Bilder erzeugt. Das sind 20.000, die dort sitzen. Und bei diesen ganzen Tanznummern, die Sie hier sehen, hier sehen Sie ein so ein Bild, das geht zwei Stunden, machen bis zu 50.000 Menschen mit, die das ein Jahr lang trainieren. Heute finden diese Spiele, das Arirang-Festival, wie es heißt, nicht mehr statt. Ich glaube, vor drei Jahren hat es aufgehört. Aber da sehen Sie, in welcher Aufwand betrieben wird, um Touristen zu täuschen. Jeder Tourist wurde zu diesen Spielen geschleppt und das war auch immer die Hauptsaison, wenn diese Spiele stattfinden. Aber nicht nur, dass jetzt Nordkoreaner statt im Lebensjahr zu sich an solchen Projekten mitarbeiten müssen. Einfach drei kleine Beispiele. Sie sehen diesen einen Button hier. Ich kann mich immer vielleicht umdrehen, weil das Mikro nicht geht. Jeder Nordkoreaner ist verpflichtet, den an seiner Kleidung zu tragen. Ich habe vor vier Jahren mal einen relativ jungen nordkoreanischen Flüchtling interviewen können, der meine Geschichte erzählt, ich ihm ganz kurz nur sagen will. Er musste zu einer Parteiversammlung zu Fuß gehen und sein Button war schmutzig. Und er hatte einen Reservebutton dabei und hat den schmutzigen, ich weiß nicht, ob er zerkratzt war oder er war auf jeden Fall nicht mehr hervorzeigbar, hat er weggeworfen auf dem Feld und ist dann schnell mit seinem Ersatzbutton los und ist dann zurück. Und konnte aber nachts nicht ruhig schlafen, weil dieser Button lag ja da. Und er hatte Angst, dass jemand den findet und ihm zuordnen kann. Eine sehr absurde, unbegründete Angst, denn die sehen ja alle gleich aus und davon gibt es mehr als Einwohner. Auf jeden Fall ist er mitten in der Nacht im Dunkeln auf dieses Feld zurück und hat diesen Button gesucht. So große Panik hatte er davor, dass jemand den findet und ihm zuordnen kann. In jedem Raum in Nordkorea müssen die Porträts der geliebten Führer hängen. Das ist Vorschrift, immer im repräsentativen Wohnbereich in der Regel. Und dazu ist Nordkorea überzogen mit Statuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il. Und inzwischen beginnt das auch mit Kim Jong-un. Und so kleinen Stählen, wie Sie hier eine sehen. Kann jemand koreanisch von Ihnen zufällig? Ist ein Koreaner vielleicht da? Aber übersetzen auch? Okay. Ich kann auch kein koreanisch, aber ich habe es mir natürlich übersetzen lassen. Auf dieser Tafel steht sinngemäß, die vom geliebten Genossen General Kim Il-sung angesehene Kiefer. Mit Datum natürlich. Das basiert darauf, dass er dort vorbeilief und sagt, oh, das ist aber ein schöner Baum. Zack, Gedenktafel. So absurd wird dieser Kult im gesamten Land betrieben. Und so lächerlich das auf uns wirkt, es funktioniert. Viele Nordkoreaner glauben wenigstens partiell diesen Führerkult. Das ist für uns schwer vorstellbar. Aber wenn Sie mal irgendwann Nordkorea kennenlernen, werden die Ihnen das bestätigen. Und zum Teil ist es auch so, dass die selber noch sehr merkwürdige Ansichten über einzelne Aspekte haben. Ich hatte vor kurzem einen Nordkorea getroffen, der vor vielen Jahren geflohen ist. Und der sich total aufregte, wie inkompetent und dumm und anmaßend Kim Jong-un ist. Und ich wollte ihm da jetzt auch nicht widersprechen. Und er sagte immer, Idiot, und er konnte auch nicht so gut Deutsch. Aber beschimpfte ihn wild. Und dann fragte ich ihn, was er dann von Kim Il-sung hält. Und da wurde er ganz ehrfürchtig. Und sagte, ja, der war noch natürlich ein sehr guter Führer. Und der hat alles in Ordnung gebracht im Land. Und Sie sehen, diese Indoktrinierung. Und kann noch bleiben, warum es funktioniert. Ich muss mal nach der Zeit gucken. Wie lange rede ich jetzt schon? Ich lese Ihnen noch Spaß vor. Ich wollte nur ein paar Worte sagen. Sie können, wenn Sie über die Theorie lesen wollen, gibt es einen ganz einfachen Zugang. Pyongyang veröffentlicht die, ich glaube, 1200 Bände zum Beispiel, die von Kim Il-sung persönlich zu Lebzeiten geschrieben wurden. Alle irgendwie so dick sind in allen Sprachen der Welt. Auf Deutsch gibt es eine Auswahl, aber zum Glück können bei uns alle Englisch. Ich lese mal eine Einleitung von einem kleinen Büchlein vor über Kim Jong Il. Kim Jong Il war der Führer der Demokratischen Volksrepublik Korea, DVRK, der weltweit Respekt genoss. Er war ein Genie in Ideologie und Theorie. Er systematisierte und entwickelte die Idee des Juche und der Songun-Idee, großartige Ideologien, die uns in die Ära der Unabhängigkeit führten. Unter seiner einzigartigen Führung wurde sein Land zu einem, in dem alle Menschen mit einem einzigen Herzen vereinigt sind, was einzigartig in der politischen Geschichte der Welt ist und es wurde zu einer sozialistischen Festung, welche kein imperialistischer Feind, wie mächtig er auch sein mag, anzugreifen wagen würde. Kim Jong Ils Menschlichkeit, sein veredelnder Sinn für moralische Obligationen, außerordentliche Weisheit und Kenntnis, sein eiserner Glaube und Willenskraft, wie seine unübertroffene Courage und Zähigkeit, berühren alle Menschen auf der Erde. Ich weiß nicht, wie gerührt Sie von sowas sind, aber machen Sie sich klar, das könnten die meisten Bürger Nordkoreas, wie sehr viele andere solche Reden, problemlos jederzeit aufsagen, weil das ein Schutzmechanismus ist. Sie sehen im Stadtbild, wenn Sie jetzt nicht als Tourist mal da sein sollten, sehr häufig, dass Leute mit Papier laufen und dabei auswendig lernen. Und es wird Sie im Notfall schützen, wenn Sie sowas zitieren können. Und wenn Sie sowas immer wieder wiederholen, 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 auswendig lernen, es bleibt irgendwann sitzen. Oh, das war jetzt doppelt. Der zweite Grund, warum das funktioniert, und hier muss ich jetzt mal was rauspixeln, Entschuldigung, machen Sie auch bitte kein Foto von diesem Bild. Jedes Kind in Nordkorea wird im Alter von einem halben Jahr in einen Kindergarten gegeben und lernt zeitgleich mit der Fähigkeit zu sprechen bereits die Ideologien. Fast jeder Nordkoreaner wird Ihnen erzählen, die ersten Worte, die die meisten Kinder Nordkorea sagen können, sind Mama, Papa und danke geliebter Führer. Und ich habe das Bild hier mal reingesandert, um Sie sehen, in welchem Alter die in diesen Kindergärten sind. In diesem Kindergarten bleibt man, bis man in die Schule kommt. Während der Schulzeit kommt man dann in die Jugendorganisation, die paramilitärisch ist und auch zum Teil schwere Arbeiten verrichten muss. Also diese Jugendpioniere werden zum Beispiel bei Bauarbeiten eingesetzt. Entschuldigung, ich habe ein leicht effektes Auge. Und wenn Sie jetzt jemanden ideologisch in diesem Alter bereits anfangen zu indoktrinieren, das sind Dinge, die kann man, das ist psychologisch wirklich messbar, kaum wieder aus einem Menschen rauskriegen komplett. Das hier sind zum Beispiel Bilder, die in solchen Schulen hängen. Oben wird gezeigt, wie gut es nordkoreanischen Kindern geht und die vier Bilder unten zeigen, wie man dort Südkorea darstellt. So absurd das klingt, es gibt viele Nordkoreaner, die glauben, sie leben im reichsten Land der Welt, auch wenn sie hungern. Sie glauben wirklich der Propaganda häufig, dass es den anderen noch schlechter geht. Hier arbeiten manche NGOs in Asien zum Beispiel, indem sie gezielt Informationen ins Land schmuggeln. Und seien das Fotos, Wikipedia-Artikel oder auch Filme, um denen zu zeigen, es stimmt nicht. Der Rest der Welt ist einfach mal inzwischen über 50 Jahre weiterentwickelt als ihr. Und denen geht es gut. Und auch wenn die meisten Nordkoreaner, die zum ersten Mal Kontakt kommen, dem nicht glauben und das für Propaganda halten, sehen sie, wie aufwendig diese Propaganda produziert ist. Und da zeigt sich, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Sie haben dieses Video gesehen, was ich zu Anfang zeigte. Das wirkte wahrscheinlich auf Sie recht alt. Sie wissen aber, dass Kim Jong-un noch gar nicht so lange an der Macht ist. Das ist also aktuell. Und jetzt stellen Sie sich vor, wenn das der höchste Stand der Technik ist, was passiert, wenn Sie einen modernen Hollywood-Film auf einmal sehen? Dann merken Sie, dass da irgendwas inhaltlich nicht ganz stimmen kann. Inwieweit das sinnvoll oder nicht ist, will ich jetzt auch nicht weiter kommentieren. Ja, hier nochmal ein Bild. Und hier habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht über diesen Kult mit den Gedenktafeln überall. Das hier ist eine Art Pilgerstätte im sogenannten Kaufhaus Nummer 1 in Pyongyang. Und diese Gedenktafeln stehen hier, weil Kim Jong-il kurz vor seinem Tod auf dieser Rolltreppe gefahren ist. Und in den Todesnachrichten dann in der staatlich kontrollierten Fernsehanstalt KCTV in Nordkorea wurden dann Bilder gezeigt, erst wie diese Rolltreppe runterfuhr. Und dann hysterisch schreiende Frauen, die an dieser Rolltreppe knieten und den Griff umarmten. Früher war es so, als Kim Il-sung gestorben ist, dass man davon ausgehen kann, dass viele dieser emotionalen Ausbrüche tatsächlich authentisch und nicht gespielt waren. Damals ging es den Leuten auch noch relativ gut, jedenfalls, was Ernährung angeht. Wie gesagt, die Hungerkatastrophen dergleichen begannen erst mit dem Tod Kim Il-sung. Das heißt, seit Kim Jong-il dann an der Macht war, der auch nochmal die Ideologie änderte in vielen Bereichen, da gab es dann die sogenannte Militär-Zuerst-Politik und verschiedene Ansätze, die schwer zu vermitteln waren, während das Volk hungert, haben auch wahrscheinlich sehr viele Nordkoreaner, auch wenn wir das natürlich jetzt nur schätzen können, sich selbst schon in einigen Punkten von dieser Ideologie abgekoppelt und spielen halt mit, weil sie wissen, das ist überlebenswichtig. Aber ob wirklich bei Kim Jong-ils Tod alle Tränen echt waren, halte ich zumindest für unwahrscheinlich. So, das wollte ich Ihnen noch gerne kurz erzählen, weil das etwas sehr Seltenes ist. Wir haben es geschafft, so ein Büchlein aus Nordkorea zu besorgen und ich glaube, das hat sonst noch niemand mitgebracht. Das ist ein sogenanntes Selbstkritikbuch. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Mao hatte in der kommunistischen Partei Selbstkritik-Sitzung eingeführt. Ist Ihnen das etwas geläufig? Oder ich sehe ein paar Nicken. Ich erkläre es, wie Nordkorea das weiterentwickelt hat und verwendet. In diesen Büchern tragen Sie ein, welche Verbrechen Sie begangen haben, und zwar täglich gegen das Regime. Auch was Sie zum Beispiel in Gedanken falsch gemacht haben. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel am Sieg der nordkoreanischen glorreichen Volksarmee über die südkoreanischen Marionetten der US-Imperialisten gezweifelt haben in Gedanken, dann müssen Sie das da eintragen. In den Feldern unten tragen Sie ein, was Ihre Nachbarn, Familienmitglieder und Mitarbeiter falsch gemacht haben. Und das wird dann jeden Samstag in einer Sitzung in diesen Wohnblöcken, wo es diese Blockwarte gibt, das hatte ich Ihnen vorhin kurz angedeutet, in einer öffentlichen Selbstkritik-Sitzung vorgetragen. Vergehen, die da drinstehen, werden mehr oder weniger bestraft, wenn jetzt was Schlimmes drinsteht, natürlich dementsprechend hart. Wenn Sie jetzt kleinere Vergehen gedanklich gemacht haben, dann müssen Sie sich da irgendwie fünf Minuten selbst verbal runter machen und dann sind Sie da heil raus. Aber der Trick, warum das unfassbar gut funktioniert, ist der folgende. Sie müssen was reinschreiben. Wenn Sie mit einem leeren Selbstkritikbuch dahin kommen, machen Sie sich höchst verdächtig, dass Sie was zu verbergen haben. Jedenfalls wird das dort so suggeriert. Und damit stehen Sie dann unter einer Art Verdacht. Und das wird dann auch irgendwann an den Geheimdienstapparat weitergegeben. Und naja, Sie können sich vorstellen, was dann passiert. Zweitens, Sie müssen auch immer wieder Leute denunzieren. Und das sorgt natürlich für ein unheimliches Misstrauen unter der Bevölkerung. Und das soll dazu führen, dass eben sich keine Gruppen zu Widerstand formieren können. Ein Sprichwort in Nordkorea ist Traue nicht deinem eigenen Rücken. Das haben mir schon viele Nordkoreaner erzählt. Und das soll ausdrücken, dass selbst in Familienverbänden man sehr vorsichtig ist. Dieses System halte ich für einen der stärksten Mechanismen, der dafür sorgt, dass es in Nordkorea so gut wie kaum Opposition und Widerstand gibt. Es gab vereinzelt durchaus mal kleinere, gescheiterte Aktionen, aber prinzipiell ist die Bevölkerung sehr vorsichtig natürlich. Ein weiterer Punkt noch, den ich Ihnen kurz zeigen möchte, ist dieser hier. Hier geht es, kann jemand erraten, was da gerade passiert? Das ist in Pyongyang. Keine Idee? Also die gemeinschaftliche Arbeit. Ja, genau. Können Sie raten, was Sie da tun könnten? Oder die Medien. Ja, so ähnlich. Sie liegen fast richtig. Die Idee ist gewesen von der Führung, dass die Rasensorte, die in Pyongyang ausliegt, nicht die richtige ist und man einen schöneren Rasen braucht. Und daraufhin haben diese ganzen Wohneinheiten tagelang den gesamten Rasen in allen Grünstreifen Pyongyangs abtragen müssen und eine neue Rasensorte pflanzen müssen. Und hier sehen Sie so ein Foto. Wie gesagt, Sie wissen inzwischen, wie das Land wirtschaftlich steht. Derartiger Wahnsinn wird halt auch betrieben, um nach außen den Schein eines sehr gut laufenden Staates zu machen. Haben Sie das im Kopf, wenn Sie überlegen, als Tourist eventuell mal hinzufahren? Ein sehr positiver Trend, auch wenn das Bild vielleicht jetzt gar nicht so positiv wirkt, ist der folgende. Seit der Hungerkatastrophe haben die Nordkoreaner angefangen, gegenseitig füreinander zu sorgen in einer Art kleinen Marktwirtschaft. Das ist der sogenannte Schwarzmarkthandel und hier sehen Sie auf dem Land eine Frau, die das betreibt. Davor war es so, dass sie vom Regime eine Arbeit zugeteilt bekommen haben und darüber Lebensmittelrationen. Das haben sie sich abgeholt und davon konnten sie überleben. Seit das nicht mehr sichergestellt werden konnte, hat man angefangen, einzelne Provinzen einfach von der Versorgung abzuschneiden. Das hängt mit diesem Kassensystem zusammen. Je nachdem, in welcher Kasse sie sind, leben sie in einer Provinz möglichst weit weg von der Hauptstadt. Und diese Provinzen sind dicht an der chinesischen Grenze. Das heißt, dort begann ein reger Grenzverkehr. Die Bevölkerung hat selbst angefangen, Dinge anzupflanzen, was eigentlich ursprünglich mal nicht erlaubt war. Inzwischen ist das erlaubt. Und dieser Schwarzmarkthandel wird vom Regime geduldet. Denn anders würde es wieder zu einer Hungerkatastrophe kommen. Das ist ein sehr positiver Schritt, der tatsächlich sehr viele Ideen auch transportiert. Also zum Beispiel werden auf diesen Schwarzmarkten ausländische Bücher auch getauscht oder verkauft. Da geht alles mögliche an. Also NGOs haben da zum Beispiel mal so kleine Abspielgeräte für DVDs. Die sind sehr günstig, aber können halt DVD und USB-Lesen reingeschmult. Die werden darüber getauscht, zusammen mit Informationen. Also diese Schwarzmärkte bilden ein Netzwerk, was so ein bisschen gegen dieses ganze Unterdrückungs- und Kritiksystem arbeitet. Allerdings haben wir immer noch ein Problem. Und das möchte ich jetzt einfach kurz ansprechen. Ich habe die Identität dieses Herrn jetzt geändert. Es gibt verschiedene Leute international, die wissenschaftlich zu Nordkorea arbeiten und das ist etwas, was absolut unterstützt werden sollte. Wir müssen dort viel mehr Daten haben. Die Schwierigkeit, die wir haben, die einzige Möglichkeit, wie Sie wissenschaftlich Daten erheben können, ist, indem Sie hinfahren und ich habe jetzt mal den Namen von dem Herrn unkennlich gemacht. Das ist ein Ökonom, der sehr geschickt es geschafft hat, zum Beispiel Wirtschaftskraft Nordkoreas, was findet da in etwa ein Umsetzen über Tourismus, über illegalen Handel statt. Nordkorea verkauft zum Teil auch ein wenig Drogen, die sie staatlich produzieren, weil man darüber Devisen bekommen kann. Und er hat es geschafft, sehr geschickt, da Zahlen zu messen. Hat sich aber auch in ganz anderen Sachen zu Nordkorea geäußert, zum Beispiel menschenrechtlich und hat da Zitate gebracht, die ich für sehr schwierig halte, wo er das sehr relativierte. Und Sie haben halt diesen Interessenskonflikt. Sie müssen ja den Zugang zum Land haben, um eben Daten erheben zu können, aber Sie bekommen keinen Zugang mehr, wenn Sie Nordkorea kritisieren. Das ist also sehr schwierig. Und hier ist ein Bereich, wo NGOs und Wissenschaft sehr gut vielleicht zusammenarbeiten könnten. Ich habe ihn jetzt als Beispiel genannt, weil er in seinem Buch, was er veröffentlicht hatte und auch in Vorträgen mehrfach schrieb, dass es in Pyongyang keine Schwarzmärkte mehr gäbe im Moment, dass das gar nicht mehr nötig sei, weil der Wohlstand so groß ist. NGOs haben andere Mittel, also hier sehen Sie so einen nicht vorhandenen Schwarzmarkt und Sie werden feststellen, die Aufnahmen ein bisschen schwierig zu kriegen, deshalb sind die jetzt nicht so gut. Aber Sie sehen hier zum Beispiel einen richtigen kleinen Marktstand, der so konzipiert ist, dass man ihn sehr schnell zusammenklappen kann und damit im Notfall weglaufen kann, obwohl die Bedrohung gar nicht mehr so groß ist, weil er zu denen das meistens duldet. Und Sie sehen, dass hier in der Nacht wirklich massive Leute, Massen an Leute unterwegs sind, um sich zu versorgen. Ich habe das noch mal versucht etwas aufzuhellen hier. Kann man das so ein bisschen? Ah, so viele. Sie haben ganz viele so kleine Stände, wo Leute einfach mit einer Taschenlampe Ware beleuchten und das kann mit Eingriff einpacken und weg sein zum Beispiel. Ein großer Teil der Bevölkerung Pyongyangs versorgt sich immer noch darüber. Wenn Sie allerdings jetzt als Tourist einreisen, dann werden Sie sowas nicht zu sehen kriegen natürlich und bekommen ein falsches Bild, denn Sie sehen Autos, die auf den Straßen fahren, Sie sehen Leute, die mit Handys telefonieren, Nordkorea hat einen Tablet-PC konstruiert, der dort im Umlauf ist. Also ich glaube, es ist unfassbar schwer, sich gegen diese geschickte Beeinflussung selbst abzuschotten im Land, wenn ich sehe immer wieder, dass es den Leuten dort gut geht, aber ich bekomme eben diesen Ausschnitt zu sehen. Hier sehen Sie nochmal, welche Größe das hat, da gerade Stromausfall ist und Sie sehen, dass das hier hinten immer noch weiter geht mit dem Licht. Ich habe noch die Fälle aber hier, ach so, die Batterie ist leer. Also in diesem Rahmen ist es so, dass meiner Meinung nach Forschung dringend, dringend nötig wäre, aber auch vielleicht in Zusammenarbeit in irgendeiner Form mit NGOs stattfinden könnte, damit meine ich jetzt gar nicht mal uns, wir sind eher eine Art mehr, wir machen eher so eine Art Lobbyarbeit in Richtung Politik, dass da mehr in diesem Thema gearbeitet wird, aber es gibt in Südkorea sehr viele wissenschaftliche Einrichtungen, die tatsächlich große Mengen empirischer Daten erheben können, die Schwierigkeit, die die haben, sind meistens sprachlich, sie publizieren das auf Koreanisch und da fehlt es oft an Übersetzungen. Wir haben manchmal jetzt Sachen angefangen zu übersetzen, aber das können wir so natürlich in dem Umfang nicht leisten. Ich spreche noch einen kleinen Punkt an und dann bin ich auf Ihre Fragen sehr gespannt. Vielleicht können wir das, wenn jemand Interesse hat, auch hinter der Notfall noch mal per Mail rumschicken. Wir werden immer wieder gefragt, warum gerade Nordkorea? Ich habe mir darauf jetzt viele Antworten schon gegeben, aber am häufigsten kriegen wir zu hören, es ist so weit weg und es gibt so viele Regionen, wo es schlecht ist. Deshalb haben wir gerade ein Projekt unterstützt, was sehr Spannendes gefunden hat und zwar nordkoreanische Arbeitskräfte in Polen. Vielleicht haben sie das sogar medial ein bisschen mitbekommen. Es gab immer mal Gerüchte, dass es das gibt. 2006 gab es da schon mal in der polnischen Presse ein paar Berichte und jetzt bekamen wir aus einer südkoreanischen NGO Hinweise im letzten Jahr, dass das wohl wieder vermehrt ist und haben mit einer Medien GmbH, Weiß News, wenn Sie das kennen, die haben öfter was zum Thema gemacht, unterstützt, dass es eine Dokumentation darüber gibt und in dieser Dokumentation haben wir a Lebensbedingungen, wie die Arbeiten festhalten können. Tatsächlich ist es so, das Regime verdient hier auch Devisen, indem es Arbeitskräfte ins Ausland schickt. Insgesamt in Polen sind in den letzten Jahren ungefähr 1500 Arbeitsvisa für Nordkoreaner ausgestellt worden. Die Schwierigkeit bei der Sache, die werden nicht bezahlt. Die Bezahlung geht an nordkoreanische Sicherheitspersonal, was mitgeschickt wird, um auf die aufzupassen und die von der Bevölkerung isoliert zu halten. Das Auswahlverfahren ist auch sehr bekannt, wie das in Nordkorea funktioniert. Sie dürfen ins Ausland als Arbeitskraft, wenn Sie Familie haben, die im Land bleibt. Und wenn Sie abhauen, wird es dieser Familie sehr schlecht gehen, das wissen Sie, Sie kommen zurück. Dazu ist dasselbe aufgeflogen in Tschechien und in Malta, auch wenn wir da die genauen Zahlen noch nicht haben. Das ist ein Thema, was, glaube ich, zeigt, es ist nicht weit weg. Nordkorea, so klein dieses Land dann im Endeffekt ist, ist ein globales Problem. Es ist ein sicherheitspolitisches Problem und es ist ein menschenrechtliches Problem. Und Zwangsarbeiter, wie man das definieren muss, wir haben ein entsprechendes Papier im Europaparlament dazu eingebracht. In europäischen Mitgliedstaaten ist ein Thema, was wir, glaube ich, nicht ignorieren können. Und es ist eines von sehr, sehr vielen aufgrund der ganzen Zeit, wo ich das nur mal als Beispiel anbringe. Also Sie finden diese Doku online, wenn Sie unter Weiß News Nordkorea suchen. Der Titel ist Cash for Kim. Und manchmal ist sehr, sehr gut geworden, was Weiß News dort produziert hat. Und das haben Sie auf verschiedene polnische Stellen dazu offiziell dort drin geäußert. Ich habe noch ein letzter Punkt. Ich hatte immer wieder gesagt, dass viele Leute fliehen. Das ist nicht ganz richtig gewesen. Inzwischen wohl nicht mehr, soweit wir das beurteilen können. Wir arbeiten dann mit einer Gruppe zusammen, die in dem Grenzbereich kontrolliert, wie viele Leute kommen da eigentlich rüber nach China. Und sie können nur über China fliehen, weil im Süden haben sie ja diese demilitarisierte Zone. An dieser Grenzregion scheint es jetzt so zu sein, aus Berichten, dass die Wachen derart verstärkt wurden. Da wird natürlich auch scharf geschossen. Sie sehen hier, das ist schon aus einer älteren Dokumentation ein Bild, was man leider häufiger dort sehen kann, dass Leute das eben nicht schaffen, die Flucht und in dem Grenzfluss sterben. Und dazu kommt das zweite große Problem. Wir wissen nicht, wie viele nach China geflohen sind. China akzeptiert nordkoreanische Flüchtlinge nicht als Flüchtlinge, sondern sagt, das sind Wohlstandsmigranten. Das hat ganz unterschiedliche Gründe, da könnten wir jetzt lange diskutieren, das sollten wir jetzt nicht anfangen, die Zeit ist nicht da. Aber China schickt Nordkoreaner, die sie aufgreifen, in der Regel zurück nach Nordkorea. Es hat da allerdings in der letzten Zeit auch ein paar interessante Ausnahmen gegeben. Ursprünglich, als diese Fluchtwelle in den 90ern anfing, in den 90er, haben die Nordkoreaner versucht, sich zum Beispiel auch Botschaften zu retten. Und hier sehen Sie Fotos, die DPA damals gemacht hatte, wie chinesische Polizei und auch nachher Militär versucht haben, die Botschaften so abzuschirmen, dass da keiner rauskommt. Inzwischen ist es so, dass das keiner mehr versucht, denn die Botschaften dort sind derart abgeschottet in den Bereichen, wo Nordkorea hinkommen könnten, da haben sie keine Chance mehr. Und das ist dann auch wirklich jetzt mein letzter kurzer Punkt, was bedeutet das, wenn sie aus Nordkorea fliehen, um in ein sicheres Land zu kommen? Es gibt welche, die nach Europa kommen, die USA haben 178 Nordkoreaner aufgenommen und Südkorea knapp 30.000. In Deutschland sind laut Statistik, also dem Bundesamt für Statistik, etwa 1500. Es werden deutlich weniger sein. Wir vermuten, dass da oft mal aus Versehen Nord- und Südkorea verwechselt wurde, aber es gibt auch in Deutschland, wie wir wissen, welche. Wir sind da auch in Kontakten. Aber wenn sie wirklich in so ein sicheres Land kommen wollen, müssen sie es schaffen, erst mal über die Grenzen nach China zu kommen, dann müssen sie es schaffen, aus China rauszukommen. Und früher konnten sie in die Mongolei gehen, was sehr gefährlich ist, weil sie da eine kleine Wüste durchqueren müssen, wo sehr viele gestorben sind. Und sie können nach Laos, Kambodscha und Thailand. Von da lässt man sie in der Regel nach Südkorea ausreisen, wenn sie die südkornische Botschaft dort erreichen. Sie wissen, wie groß China ist und was das bedeutet. Es gibt viele NGOs, die in dem Bereich tätig sind, das unterstützen. Europäische NGOs können das leider auch nicht finanziell unterstützen. Das wäre per Definition Menschenhandel. Und das möchte von uns keiner in seiner Akte stehen haben. insofern ist das eine Krise, die man vielleicht irgendwann langfristig diplomatisch noch mal angehen könnte, wenn China vielleicht diesen Status mal anerkennt, dass das wirklich verfolgte Flüchtlinge sind. Wie gesagt, eine Rückabschiebung nach Nordkorea kann den Tod bedeuten, kann Lager bedeuten oder auf jeden Fall die Situation sehr verschlechtern. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie viele sich in China verstecken, Schätzungen sprechen von bis zu einer halben Million etwa, aber es gibt nur Schätzungen, man kann nur spekulieren. Gut, dann danke Ihnen für Ihre große Aufmerksamkeit bis hierher. Ich freue mich auf Fragen. Bitte schön. Welche Rolle genau spielt China in Bezug auf Nordkorea? Es heißt ja immer wieder, dass China der Hauptverhinderer ist, die Verbesserung der Lage, weil es irgendwie Nordkorea als Kuppersone zwischen Nordkorea und der eigene Territorium gibt, aber mir scheint das irgendwie so ein bisschen vorgeschoben, dieses Argument, weil es halt hier noch mehrere andere Nachbarländer, zum Beispiel auch China, Indien, das ja auch Atomwaffen hat, also da wäre ja Nordkorea oder beziehungsweise ein vereinigtes Korea ein geringeres Übel als beispielsweise Berlin. Ja, also diese Antwort von mir ist jetzt meine persönliche Meinung, das muss ich hier zu Protokoll geben. Bedenken Sie, in Südkorea stehen im Moment 24.000 Marines an der Grenze, also amerikanische Truppen. Südkorea ist ein enger Alliierter der Vereinigten Staaten, das ist ja kein Geheimnis. Und wenn Sie sich mal an den Koreakrieg kurz zurückerinnern, in welchem Moment China da insgesamt knapp 1,8 Millionen Freiwilligen in Krieg geworfen hat, das war der Moment, wo die alliierten Truppen der Südkoreaner und der Amerikaner an der chinesischen Grenze angekommen waren. Da eskalierte dieser Konflikt völlig, auch wenn das bereits vorbereitet und geplant war. Sie haben in dieser Situation, in Nordkorea treffen drei Super-Weltmächte aufeinander. Es gibt eine kleine Landgrenze mit Russland, es gibt eine große mit China und im Süden ist Südkorea mit amerikanischen Truppen im Land. Und das ist natürlich eine unfassbar kritische Situation. Nordkorea ist Atommacht, das sagen Sie ganz offen und ich halte das für absolut glaubwürdig. Sie sehen ja die USA als ihren Erzfeind an und halten die USA für sehr kriegslüstern und haben gesagt, naja gut, wir haben gesehen, die USA haben noch nie ein Land angegriffen, was Atomwaffen hat, wir haben die zum Selbstschutz. Das halte ich für durchaus vorstellbar, dass man das tatsächlich so sieht und wir haben jetzt tatsächlich das Problem. Wie wollen Sie denn in so einem Regime, zum Beispiel jetzt, sei es aus menschenrechtlichen Gründen, intervenieren an der Atommacht? Das ist sehr schwierig. Und im Moment ist es meiner Meinung nach so, dass es für alle das bequemste, angenehmste ist, die Situation zu lassen, wie sie ist. Solange Nordkorea in sich stabil bleibt und dieses Regime ist erschreckend stabil, egal wie viele Sanktionen sie verhängen. Tatsächlich ist es so, je ärmer die Bevölkerung ist, umso stabiler scheint dieses Regime zu sein. Es gibt ja entsprechende Statements von Kim Jong-il darüber. Also, ja, das, so weit war meine Antwort. Viel, viel mehr kann ich Ihnen dazu dann, glaube ich, nicht sagen. Ich hoffe, dass Bar ich bin persönlich kein China-Experte, aber bei dem Thema lässt es sich nicht vermeiden, natürlich sich da genau solche Fragen zu stellen. Es ist so, China war lange Zeit, konnte man das absolut als einen alliierten Nordkoreas betrachten, beziehungsweise eher andersrum natürlich. Das Problem, was es hier zu geben scheint, ist, dass Nordkorea sich nicht an Absprachen und Verträge hält. Es gibt verschiedene Verträge zwischen China und Nordkorea. Zum Beispiel gibt es Sonderwirtschaftszonen, das soll im Moment auch ausgebaut werden. Und es gab da Bitten zu bestimmten Zeiten, bitte jetzt keine eskalierenden Atomtests zu machen und Nordkorea hatte mit Anlauf am genau ungünstigsten Tag erstmal eine Bombe getestet. Derartige Sachen machen eine Partnerschaft sehr, sehr schwer. Ich habe persönlich den Eindruck, dass China sich hier tatsächlich aber auch ein bisschen umformiert. Also man könnte zum Beispiel mal spekulieren, warum hat China so lange Nordkoreaner zurück abgeschoben. Der Bericht der Vereinten Nationen kam zustande, weil so viele Nordkoreaner befragt werden konnten auf einmal. Und in dem Moment wird das ein globales Thema, weil hier ein Völkermord passiert, laut UN. Das konnte nicht passieren, solange keine Flüchtlinge rauskommen. Also das ist jetzt eine Spekulation, aber ich denke, die kann man durchaus mal diskutieren. China hat im Moment keinen Vorteil mehr davon. Es gibt eine unfassbare Problematik in diesem Grenzbereich. Sie haben massiven Menschenhandel, Zwangsprostitution, sie haben Drogenhandel ohne Ende in diesem Bereich und das alles im Wechsel von kriminellen Organisationen mit Nordkorea. Und das möchte natürlich China auch auf seinem Tätorum nicht haben. Die Frage ist, wie sie sich da in Zukunft verhalten werden. Ich persönlich hoffe darauf, dass man irgendwann sagt, man lässt die Nordkoreaner ausreisen und verteilt sie irgendwie über die Welt. Ich meine, eine halbe Million global verteilt ist nicht so viel und die Südkoreaner sind natürlich bereit, sehr viele davon aufzunehmen. Wenn nicht sogar alle, das muss man dann sehen. Aber auf jeden Fall, sie haben verredet, es passiert irgendetwas. Ich könnte jetzt auch nicht absehen, genauer, welche Richtung das nehmen wird. Ja. Tim John Brunen hat ja in den sogenannten westlichen Staaten auf der Straße für den Nordkorea-Mal-Verbraucher ein gewisses Image, sage ich mal. Also er wird ja mehr wie eine Comicfigur, denn wie eine ernst zunehmende Betrohung. Und ich habe das Gefühl, dass das Erschienen von diesem Imagekirch auch ein Stück weit profitiert, denn in der Gefahr wird ja erst dann noch der politischen Agenda wirklich festgesetzt, wenn die Gefahr auch gekühlt da ist. Wäre es denkbar, dass dieses Image mit Vorsatz im Ausland bewahrt wird? Schwer zu sagen. Also Kim Jong-un ist sicher keine irrationale oder verrückte Person. Das ist absolut unwahrscheinlich. Er scheint sehr geschickt zu taktieren, seine Macht im Land, seinen Machtanspruch zu halten. Es gibt in Nordkorea, wir haben heute nicht über die Verteilung der Parteiapparate zum Beispiel gesprochen. Das ist auch ganz interessant. Auch wenn wir da nicht ganz genau wissen, wie viel Macht hat wer eigentlich. Da gibt es verschiedene Abteilungen im Militär, in der Partei und dann gibt es den Führerclan. Also inwieweit das bewusst inszeniert wird, ihn als Witzfigur darzustellen, kann ich nicht sagen. Weiß ich einfach nicht. Ich kann Ihnen aber sagen, es ist sicher falsch. Als Kim Jong-un an die Macht kam, gab es global die wildesten Spekulationen in verschiedenen Ländern, wie wird sich dieser Führer verhalten. Das ging von Theorien, er wird das Land wirtschaftlich öffnen und da ganz neue Ideen reinbringen, weil er ja auch tatsächlich, das ist kein Gerücht, in der Schweiz zur Schule gegangen ist. Und dann hat er diese sehr eskalative Phase gehabt, zu den Zeiten der Militärmanöver in Südkorea, wo er tatsächlich mit Atomschlägen gegen die USA drohte, was er damals garantiert nicht konnte und heute wahrscheinlich nicht kann. Also der Mann ist noch sehr schwer einzuschätzen. Wirtschaftliche Öffnungen finden da nicht wirklich statt. Es gab mehrere kleine Versuche in die Richtung, die dann aber auch ganz schnell abgebrochen wurden, weil die irgendwie funktionierten und das halt auch immer wieder dann Informationsfluss bringt. Und das eine, was das Regime nicht vertragen wird, ist Information über das Ausland, wenn die Bevölkerung die bekommen. Aber inwieweit das inszeniert wird, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich halte es für nicht so wahrscheinlich. Sie können halt, wenn Sie als Journalist über Nordkorea berichten wollen, haben Sie sehr viel Schwierigkeiten, da wirklich Informationen zu bekommen, die verifizierbar sind. Und Kim Jong-un ist ein sehr viel gegoogelter Suchbegriff. Er wird als Person in ganz vielen Internet-Memen, Witzvideos und so weiter verwurstet. Ich halte es auf jeden Fall nicht für sinnvoll, das zu tun. Es gibt ein ganz falsches Bild. Es gibt zum Beispiel in Berlin öfter mal Austauschprojekte mit nordkoreanischen Studenten. Das wird von den meisten westlichen Ländern so gesehen, dass es Sinn macht, dass man Nordkoreanern Zugang gibt zu unserer Lebensweise und zu unseren Überzeugungen. Deshalb haben wir uns das mal ein bisschen angeguckt, wie das funktioniert. Und das ist leider meiner Meinung nach nicht sehr effektiv. Die Nordkoreaner kommen nicht einzeln her. Sie dürfen ausgewählte Fächer studieren, die unbedenklich sind. Also sie dürfen hier keine Atomphysik als Nordkoreaner studieren, das ist klar. Sie dürfen landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche, architektonische Studiengänge belegen. Allerdings kommen sie in mindestens zweier Gruppen. Und da haben sie jetzt wieder diese Paranoia, ist der anderen Spitzel. Und wir haben das beobachtet, dass viele der Studenten, also die, die wir beobachtet haben, sagen wir es mal so rum, an keinerlei Aktivitäten außerhalb der reinen Unterrichtseinheiten teilgenommen haben. Und damit muss man sich fragen, wie weit das sinnvoll ist. Auf der anderen Seite haben sie in anderen Regimen oft erlebt, dass die Leute so getan haben, als hätten sie sich kein Stück irgendwie gedanklich verändert, aber als da eine Chance da war, plötzlich wirklich was zu verändern, da waren die dann plötzlich da. Also inwieweit das was bringt, schwer zu sagen, möchte ich nicht entscheiden müssen, sagen wir so. Aber sollte jetzt zum Beispiel so ein Student hier fliehen und nicht zurück nach Nordkorea wollen, wäre das für seine Familie eine Katastrophe. Ja, eigentlich. Ich dachte, es wird gerne mal auf diese Lage an Lokalentrauer zu sprechen kommen. Das ist ja ein bisschen was dazu gesagt, zum Beispiel, dass unter anderem die Chance bestimmt freizukommen, dass man da arbeitsgerichten muss und dass vor allem Oppositionelle da drin sind, aber das gleichzeitig verknüpft mit so einer Analogie zum Nationalsozialismus. Ja. Und da würde ich dir widersprechen wollen und sagen, naja, irgendwie die Vernichtung der Juden, die waren ja nicht mal systematisch und irgendwie aus keinen national nachzuvollziehenen Gründen, sondern welche, die man halt nur in der Ideologie zu tun muss, aber im Fall von Nordkorea habe ich jetzt ja den Eindruck, dass man ja schon sagen muss, naja, natürlich sind politische Oppositionelle tatsächlich irgendwie ein Problem für diese geschehen. Also da sind so eine gewisse Rationalität durchaus da. Da würde ich vielleicht, du hast ja die Rassenpolitik schon so ein bisschen angesprochen. Fürs Protokoll, ich habe gesagt, die UN hat gesagt, das ist politischer Genozid, der in etwa dieselben Ausmaße oder ähnlich schockierende Ausmaße hat wie der Völkermord in Deutschland an verschiedenen Minderheiten und am Holocaust. Eine Sache habe ich vielleicht nicht richtig drüber gebracht. Es gibt zwei Sortenlager. Das eine sind die Umerziehungslager, wo sie eine Chance haben, rauszukommen. Da kommen sie aber nicht als politischer Feind rein. Und das andere sind diese fünf Lager. Es waren mal sechs, eins ist geschlossen worden, Jodok hieß das. Da kommen sie rein und dort umgebracht zu werden. In diesen Lagern haben wir diese vermuteten, und wahrscheinlich ist die Zahl relativ richtig, 120.000 Menschen drin. In diesen Lagern haben sie jetzt keine Gaskammern oder so. Es gibt da ein paar Gerüchte, es gäbe sowas, um irgendwelche Kampfstoffe zu testen, aber das ist nicht verifizierbar und das sollte man deshalb auch erstmal jetzt nicht kommunizieren. Was dort aber tatsächlich passiert, so wie die Opfer, die das überlebt haben oder auch zum Teil Wärter, die aus Nordkorea fliegen konnten, darstellen, ist es so, sie werden durch Arbeit vernichtet. Ihr Arbeitstag ist tatsächlich 14 bis 16 Stunden lang. Sie bekommen eine Ration, die aus ein bisschen Kohl, etwas Salz und etwas Mais besteht, das reicht nicht zum langen Überleben. Und bei kleinsten Verstößen werden sie exekutiert. Die Leute, die da drin sind, überleben in etwa vier Jahre, schätzt man. Lassen Sie es zehn sein, aber das läuft seit 70 Jahren. Und jetzt, wenn man da mal zu Ende rechnet, kriegt man einen Schreck. Und es wird weiterlaufen. Die Zielgruppe, die in diesen Lagern landet, sind neben einzelnen Personen, die sich tatsächlich öffentlichkeitswirksam gegen das Regime mal gestellt haben, diese untere Kaste aus diesem Songbund, diesem Kastensystem, die 27 Prozent jetzt feindlich eingestuft werden. Und jetzt müsste ich noch angucken, wie werden die ausgewählt, wie lande ich da drin? Das ist meine Abstammungslinie. Wenn meine Eltern in dieser Kaste waren, bin ich das auch. Und basierend tut diese Einstufung auf ihrem Verhalten zum Teil während der japanischen Besatzung. Wenn sie da Sympathisant waren oder irgendwie mit dem Regime gearbeitet haben, dann sind sie in dieser feindseligen Kaste. Und darüber können sie durchaus sagen, hier wird eine Volksgruppe, die und zwar diese 27 Prozent feindselig, systematisch ermordet. Sie haben auch in dem Bereich jetzt nicht nur bei zum Beispiel Flüchtlingen, die potenziell mit einem chinesischen Kind schwanger sind, halb chinesischem Kind. Sie haben auch Zwangsstilisationen und Abtreibungen. Da gibt es ganz viele Gerüchte. Wir haben Gerüchte darüber und Berichte. Wir haben aber keine Zahlen, weshalb wir das auch noch nicht so mit kommunizieren. Aber in dem Rahmen hat die Untersuchungskommission das als politischen Genozid bezeichnet. Und ich halte das auch nicht für zu weit vorgegriffen persönlich. Ich würde vielleicht ganz kurz zu klarstellen. Also ich bin bedingend jetzt auch nicht darum, das irgendwie zu relativieren oder so. Aber ich kann es jedenfalls darum, irgendwie den Gegenstand der Kritik irgendwie konkret zu kriegen. Und ich habe das Gefühl, dass oft wenn so NS-Hanalympinen gehergestellt werden. Sorry, dass ich es jetzt geschrieben habe. Ich bin bei Wend. Dass das ein bisschen von dem Gegenstand ein Stück weit nett wird, um es irgendwie zu dramatisieren. Dabei ist das überhaupt nicht nötig. Und das war eine gute Überlegung. Also die Überlegung, die Sie da haben, die haben wir intern im Moment sehr stark. Ich habe Ihnen jetzt in anderthalb Stunden so einen groben Überblick über die Lage dort geben können. Ich habe Ihnen ein bisschen was über die Ideologie erzählt. Wir haben das sehr viel intensiver studiert. Ein Beispiel, warum wir zum Beispiel, in einem Punkt ziehen wir partielle Vergleiche zur Ideologie im Dritten Reich. Es ist so, ich hatte erwähnt, dass Kim Il-sung eine Ideologie quasi am Reißbrett entworfen hat. Und Sie finden da sehr viel Copy-Paste drin. Da ist sehr viel aus Maoismus drin. Da ist Stalinismus drin. Da ist auch einiges aus Nazi-Deutschland drin. Und es gab da auch mal eine Aktion, wo Funktionären meinen Kampf auf Koreanisch geschenkt wurde. Das ist dokumentiert zum Beispiel. Also man hat überall geklaut. Man merkte, das sind Mechanismen, mit denen kann ich Bevölkerung kontrollieren und auch für meine Ziele einsetzen. Das heißt, die finden in dieser Ideologie Teile, die tatsächlich auch hier geklaut haben. Die Frage, ob Sie jetzt den Holocaust mit Nordkorea gleichsetzen, die möchte ich Ihnen nicht beantworten müssen. Ich habe mehrere, drei Leute kennengelernt, die in so einem Lager waren. Ich bin durch Menschenrechtsarbeit relativ abgebrüht, aber ich muss Ihnen sagen, das hat mich eine Woche gekostet, mich davon zu erholen. Und das sind sehr, sehr viele Menschen, die das durchmachen. Es ist ein systematischer Mord an einer definierten Gruppe. Das kann man so sagen, auf jeden Fall. Und ich sage Ihnen mal was ganz anderes dazu. Wir stehen im Kontakt zu verschiedenen politischen Einrichtungen und Institutionen. Wir haben auch mit dem Menschenrechtsausschuss schon darüber gesprochen, zum Beispiel mit einzelnen Abgeordneten und dergleichen. Und selbstverständlich kommt da die Debatte öfter mal in diesen Themenbereich rein. Und was wir da an Kommunikation betreiben, funktioniert im Prinzip so. Wir sagen, dass gerade Deutschland durch seine Geschichte immer wieder betont, eine besondere Verantwortung zu haben, dass so etwas oder etwas Ähnliches nie wieder passiert. Und darum sollten wir uns für Nordkorea versuchen einzusetzen. Also wir formulieren das so rum und ich glaube, das ist okay. Die Schwierigkeit ist natürlich, wie die UN das formuliert hat, könnte ich mir vorstellen, dass das einigen Opfergruppen, die im Dritten Reich erfolgt wurden, relativierend vorkommen muss. Das ist klar. Ja? Ja? Nein, Nordkorea ist das einzige Land, bis vor kurzem gewesen, ohne Internet. Eine ägyptische Firma hat in Nordkorea eine Art landesweites Intranet gebaut, also so etwas wie ein geschlossenes PC-Heimsystem, wo sie ein paar PCs verbinden. Und die obere Klasse der Bevölkerung, die jetzt zum Beispiel in Pyongyang oder größeren Städten wie Wonson lebt, die verfügen zum Teil über Computer und können diesem Intranet auch durchaus surfen. Was sie da finden, ist primär Propaganda. Da gibt es jetzt wenig wirklich wissenschaftliche Artikel. Und mein Tipp, wenn Sie mal Dokumentation über Nordkorea gucken, dann zeigen die immer sehr gerne, wie Nordkoreaner am PC arbeiten oder sitzen. Gucken Sie genau hin. Sie werden lachen, was da passiert, wenn Sie genau darauf achten. Es gibt da, gucken Sie Dokumentationen und haben Sie Spaß. Ich will die Überraschung gar nicht verderben. Es gibt jetzt allerdings eine kleine Änderung. Und zwar ist es so, dass im Grenzgebiet können Sie mit einem Mobiltelefon, und die gibt es inzwischen auch in Nordkorea, das chinesische Handynetz nutzen. Das ist lebensgefährlich. Wenn Sie dabei erwischt werden, werden Sie umgebracht. Und die Regierung versucht, das einzuschränken. Wir versuchen gerade zu recherchieren, weil es gibt Gerüchte, dass dort deutsche Sicherheitstechnik eingesetzt wird, um die Signale zu stören. Nicht, dass Deutschland das irgendwie selbst machen würde, aber die Technik scheint trotz Sanktionen dorthin zu gelangen. Aber darüber ist es möglich, zum Beispiel, dass Geflohene mit ihren Familien wieder in Kontakt treten, über diese Handynetze und dergleichen. Und die Frage ist, ob man ein Land so isolieren kann. Es gibt auch viele NGOs, die hier senden Radiosendungen ins Land, und das hören die Nordkoreaner. Das wissen wir von Flüchtlingen. Aber Zugang zum regulären Internet im Prinzip nicht. Es gibt eine kleine Elite im Land, die für so eine Art militärisches Hacking, ich weiß nicht, wie nennt man das korrekt, Cyberwar oder so, ausgebildet wird und tatsächlich in Südkorea zum Beispiel Firmenseiten lahmlegt oder so. Aber das sind halt ausgewählte Leute, die Zugang zum Internet haben und sich da auch scheinbar sehr gut auskennen. Inzwischen ja, aber können sie nicht. Es gibt auch nur ein internes Handynetz. Das ist auch von der ägyptischen Firma gebaut. Aber inzwischen müssen sie ihr Handy nicht abgeben. Das muss sie, glaube ich, bis vor fünf, sechs Jahren machen. Inzwischen dürfen sie es mitnehmen. Aber es hilft nicht so viel. Ja, gibt es noch weiter? Ja? Herr Mense. Ah, Entschuldigung. Erstmal dort, dann Sie, weil der Herr war noch nicht. Zu welchen Ländern in der Hälfte Nordkorea denn freundschaftliche oder gute Beziehungen außer China? Danke für diese Frage. Ich habe vergessen, das zu erwähnen. Deutschland, England, Schweden, eingeschränkt Frankreich und das waren, glaube ich, die europäischen Länder, die dort politische Vertretungen haben. Dann gibt es mit Kanada Kontakt. Es ist so das besondere Interesse sowohl Nord- als auch Südkoreas an Deutschland und es ist tatsächlich sehr groß, liegt daran, dass Deutschland einige historische Parallelen mehr oder weniger aufweist. Dass wir auch mal geteilt waren und eine Wiedervereinigung hinbekommen haben, wird dort sehr begeistert wahrgenommen und man setzt große Hoffnung da rein. Wenn Sie sich allerdings ökonomisch damit auseinandersetzen, werden Sie feststellen, dass das leider kaum vergleichbar ist. War da noch eine Folgefrage dran oder war das jetzt doch mal? Was sind aber jetzt, ich meine, außereuropäische Länder beziehungsweise nicht-religische Länder? Es gibt verschiedene Kooperationen, die jetzt allerdings gerade stark zurückgehen mit afrikanischen Staaten. Da kann ich Ihnen aber nicht im Detail sagen, was da wo passiert. Es gibt zum Beispiel einige Projekte oder gab es mit militärischer Ausbildung, dass nordkoreanische Offiziere in Afrika verschiedener Armeen mit trainiert haben. Das scheint sich jetzt gerade alles zu beenden und hier wirklich verifizierte Daten rauszukriegen, ist sehr, sehr schwer. Deshalb kann ich Ihnen das im Detail sagen. In Asien ist das noch mal ganz schwierig. Da gibt es verschiedene Formen, wie das Asian Forum, die versuchen auch eine Art Annäherung mit Nordkorea hinzukriegen. Aber die verschiedenen Kontakte, die ändern sich leider auch sehr häufig. Also kann ich Ihnen das jetzt nicht einzeln aufzählen leider. Aber ich kann das, wenn es große Interesse gibt, noch mal nachreichen gerne. Ja, jetzt, bitte. Also es gibt, was Attentate angibt, Gerüchte. Es gibt auch Personen, die aus Nordkorea geflohen sind und sich wohl an solchen Versuchen beteiligt haben. Inwieweit das im Detail stimmt, kann ich Ihnen persönlich nicht sagen. Dafür möchte ich mir nachher ins Feuer legen. Aber sowas scheint es schon vielleicht gegeben zu haben. Was den Personenkultern geht, ja, das ist völlig richtig, wie Sie das darstellen. Man hat sehr viel Energie da reingesteckt, Kim Jong-un aufzubauen. Das Problem ist, er ist zu jung für dieses Amt. Das liegt auch an der koreanischen Kultur, wo Sie eigentlich im Alter von 33 Jahren noch nicht wirklich der oberste Führer sein können. Und jetzt war ja vor knapp zwei Monaten dieser erste neue Parteikongress seit 35 Jahren. Und das Ergebnis war, dass er ein paar neue Titel bekommen hat. Da sehen Sie, dass man sehr viel Energie reinsteckt, ihn aufzubauen, damit er erkannt wird. Und auch das Video, was er am Anfang zeigte, das war relativ schnell, nachdem er an die Macht kam im Umlauf. Es gibt noch viel mehr davon. Was passieren würde, wenn Kim Jong-un jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht mehr der Führer Nordkoreas wäre, keine Ahnung. Das wäre interessant. Sie haben halt mehrere politische Strömungen im Land oder politisch einflussreiche Gruppen. Deshalb ist da alles vorstellbar. Ich vermute, man würde versuchen, schnell jemanden wieder in diese Rolle zu kriegen. Aber das wäre sehr schwer. Nordkorea ist nie geplant worden als Art kommunistische oder wir nennen das ja eher faschistoidischen Staat, der eine Dynastie aufbaut. Kim Jong-il ist ein Jahr offiziell, nachdem sein Vater gestorben war, erst in die Macht gekommen. Ein Jahr war Trauerzeit. Und da gibt es ganz viele Theorien und Gerüchte, wie das genau passiert ist. Aber er hat sich damals halt durchgesetzt. Und damit wurde diese Dynastie erst etabliert. Dass Kim Jong-un an die Macht kommt, in dem Moment, wo Kim Jong-il stirbt, war abzusehen relativ, weil da ein Auswahlprozess stattgefunden hat. Kim Jong-un hatten ihre Brüder, die alle nicht mehr Nordkorea sind. Und er wurde dann plötzlich bei Veranstaltungen mit in Szene gesetzt und da gleich so schon mal langsam vorgestellt und eingearbeitet. Aber was passieren würde, wenn er jetzt, weiß ich nicht, morgen nicht mehr da ist? Ich habe keine Ahnung. Das wäre auch pure Spekulation jetzt. Schwer zu sagen. Ja, das ist eigentlich. Noch eine Frage, wie gesagt, dass gerade von Deutschland aus einem bestimmten Interesse bestehen sollte, sich da fängt zu gestalten. Welche Chancen haben die denn, als Privatperson zu bleiben, um da abzusehen zu bleiben? Ich weiß es nicht. Ich arbeite jetzt seit offiziell zweieinhalb Jahren an dem Thema und seit fünf Jahren arbeite ich tatsächlich daran. Zusammen mit insgesamt acht, neun Ehrenamtlichen. Da gibt es gewisse Fluktuationen, weil das Thema ja auch sehr anstrengend ist. Also wenn sie sich regelmäßig mit Nordkoreanern beschäftigen müssen und auch in direkten Kontakt zu welchen kommen, die sie nicht kennen oder so, dann kann das sehr psychisch anstrengend sein. Also ich sage mal ganz offen, warum wir das so machen, wie wir das machen. Wir konzentrieren uns auf zwei Bereiche. A, wir versuchen so viele Leute wie möglich erstmal überhaupt über das Thema zu informieren. Das machen wir durch Vorträge wie heute, weshalb wir auch sehr freuen, hier eingeladen worden zu sein. Das Zweite, wir versuchen so viele große Menschenrechtsorganisationen und politische Einrichtungen möglich, mit dem Thema anzusprechen. Die Schwierigkeit, die jede Organisation hat, die da was machen will und ein Konzept entwickelt. Und da mag es viele geben, die das besser können als wir. Alleine, weil sie über größere, Entschuldigung, über andere Mittel verfügen als wir. Die große Schwierigkeit, die man hat, ist den Zugang zu finden. Und wir haben gleich zu Beginn unserer Tätigkeit sofort angefangen, uns mit ganz vielen NGOs zu vernetzen, die auch schon daran arbeiten. Hauptsächlich eben nicht in Europa, weil da gibt es wenig, und haben darüber Kontakt zu Nordkoreanern bekommen, haben darüber Informationen bekommen, haben dadurch Diskussionsmöglichkeiten und Foren bekommen, die uns geholfen haben, ein einigermaßen klares Bild zu entwickeln. Wir haben auch schon mit den Mitgliedern dieser UN-Versuchungskommission darüber sprechen können und vieles andere gemacht. Wir wissen nicht, wie man das Problem lösen kann. Wir haben keine Idee, aber ich bin sicher, wenn sich da Menschen anfangen, darum zu kümmern, mehr als die vielleicht 50, die das im Moment in Europa tun, dann wird es auch wahrscheinlich bessere Lösungen geben. Aber wir sind einfach noch nicht so weit. Was wir machen, ist, wir bieten jeder zum Beispiel Stiftung an, die im Menschenrechtsbereich tätig ist, dass wir denen gerne zuarbeiten können, dass wir denen gerne unser Know-how über jetzt zum Beispiel in Jürgen und Südkorea zur Verfügung stellen. Da gibt es auch solche und solche. Oder dass wir denen gerne sagen können, welche nordkoreanischen Flüchtlinge gute Redner bei Veranstaltungen wären, welche davon glaubwürdig sind und wo vielleicht gewisse Schwierigkeiten bestehen, ohne die jetzt irgendwie anleimen zu wollen. Ich habe großes Verständnis, wenn ein Opfer von solcher Gewalt hinterher irgendwie eine andere Wahrnehmung hat. Also im Prinzip, wir sind am allerersten Schritt erstmal vorzuhören, dass da wirklich was passiert. Das Positive, was man sagen kann, wir haben relativ häufig die Chance gehabt, in Medien damit präsent zu werden. Wir haben auch in der Politik sehr offene Ohren gefunden. Ich kann offen sagen, zum Beispiel der Menschenrechtsausschuss des Bundestages hat uns klar gesagt, ja okay, wir wissen prinzipiell, was da los ist, nicht so im Detail, aber prinzipiell ja. Aber wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und wir haben Angst, Schaden anzurichten, wenn wir irgendwie interagieren und das falsch machen. Und Sie können sich überlegen, ob man als kleine NGO mit zehn Leuten diese Verantwortung tragen will, zu sagen, wir wissen, was man da machen kann, das wissen wir noch nicht. Aber es sind positive erste Schritte da in die Richtung passiert und es scheinen sich mehr und mehr Organisationen darum zu kümmern. Inzwischen fragen auch manchmal andere Stiftungen bei uns nach, ob wir denen irgendwo helfen können, weil sie anfangen wollen, sich darum zu kümmern. Und ich bin sicher, wenn sich sehr viel mehr Menschen damit beschäftigen, wird auch irgendwann Brauchbares da rauskommen. Ein allererster Schritt, den wir machen können und den tun wir auch, ist, sich um die Nordkoreaner in Deutschland zu kümmern. Das ist nötig, denn die leben sehr isoliert hier, soweit wir das bisher messen konnten. Wir haben zweieinhalb Jahre gebraucht, um die zu finden, obwohl die offiziell hier leben. Die scheinen sehr paranoid und verstört in Deutschland zu sein, haben keine Community aufgebaut und leben völlig isoliert und versteckt, weil sie Angst haben. Und meiner Meinung nach relativ unnötig. Also insofern, das sind erste Bereiche, wo man schon mal Kleinigkeiten machen kann. Ja. Ja. Eine zweite Frage. Die erste Frage ist, dass Nordkorea ein Land hat, der seine Wirtschaft zu entdeckt. Vielleicht wäre es in Nordkorea in Zukunft gekommen. Und was sieht die Zukunft von Nordkorea aus? Hm. Ja. Ich war erst mal lieb. Also es gibt in Nordkorea jetzt seit langem immer wieder Versuche, wirtschaftlich das Land irgendwie zu öffnen. Man braucht Devisen aus dem Ausland und die sind schwer zu bekommen. Es gab zum Beispiel die Sonderwirtschaftszone in Kaesong. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Die war zwischen Südkorea und Nordkorea. Und die ist inzwischen leider geschlossen worden durch die politischen Eskalationen und ist nicht mehr funktionstüchtig. Es gibt aber 19 weitere Sonderwirtschaftszonen, die noch nicht alle funktionieren, aber geplant sind, besonders an der chinesischen Grenze. In diesen Sonderwirtschaftszonen finden wirtschaftliche Kooperationen zwischen Nordkorea statt. Im Prinzip billige Arbeitskräfte. Und ausländische Firmen können da dann also mit sehr billigen Arbeitskräften produzieren. Das sind Öffnungsversuche, die stattfinden. Und dann gab es immer wieder kleinere Tests. Man hat sich so im Bereich Marktwirtschaft im Land manchmal versucht, einen Eindruck zu machen. Da gab es zum Beispiel kurz vor dem Tod von Kim Jong-il große Hallen, in denen Leute jetzt offiziell Markthandel betreiben durften. Da konnte man aber von außen nicht reingucken. Das wurde aber auch sehr schnell wieder gecancelt. Wir wissen nicht warum. Wenn Nordkorea sich wirtschaftlich öffnet, wäre das sicher zu begrüßen und ein guter Schritt. Allerdings scheint es so zu sein, dass man nicht wirklich versteht, dass man auch politisch sich in gewissen Punkten öffnen muss. Solange Nordkorea noch sehr aggressiv in der Öffentlichkeit auftritt, wird das auch mit der wirtschaftlichen Öffnung wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Da scheint es irgendwo sehr zu hängen im Moment. Die zweite Frage ist, hätte Nordkorea keine Mitglieder beim Testen, würde die andere, zum Beispiel der westlichen Welt, große Interesse haben? Machen wir den letzten Satz. Würde die westlichen Welt großes Interesse an Nordkorea? Achso. Nordkorea ist Mitglied im Nuklearen Sperrpakt. Ich muss jetzt geschehen, ich weiß nicht mehr, wann sie beigetreten sind, ist dann aber später wieder ausgetreten. Das Problem, man kann da nicht austreten. Das sieht Nordkorea aber anders. Jetzt ist es so, dass die Atomwaffen regelmäßig getestet haben, laut eigener Aussage inzwischen Wasserstoffbomben besitzen. Es scheint aber so zu sein, dass es der letzte Test keine Wasserstoffbombe war. Man hat in China über Seismografen messen können, wie stark die Explosion in etwa war. Und klar ist, Nordkorea hat Atomwaffen, aber noch keine Wasserstoffbomben. Das Problem mit der nuklearen Bewaffnung ist, dass das für die meisten Länder ein Thema ist, was nicht verhandelbar ist. Das heißt, die Abrüstung, die nukleare Abrüstung, ist für viele der allererste Schritt. Und das steht natürlich im Gegensatz, wenn sie jetzt sagen, sie wollen über Menschenrechte verhandeln. Den meisten oder vielen Regierungen wäre jetzt erstmal wichtiger, nuklear abzurüsten. Und das ist ein Punkt, den Nordkorea bisher nicht aufgeben will, weil sie das als ihre Lebensversicherung wahrnehmen. Sie sagen selbst, und das halte ich, wie gesagt, für glaubwürdig, solange wir Atomwaffen haben, werden wir nicht angegriffen werden. Und das ist eine weitere politische Schachmatz-Situation im Moment. Ich würde auch mal an der Frage mit dem Ton ansetzen. Also ich habe das jetzt eher so verstanden, dass die Frage, vielleicht habe ich es auch verstanden, dass es so gemeint war, dass quasi durch dieses Bedrohungspotenzial, durch die Nuklearwaffen, daran überhaupt ein Interesse besteht, in Nordkorea zu intervenieren. Ach so. Weil die Frage wäre vielleicht, wenn sie keine Atomwaffen hätten, dann wäre es den Leuten noch egaler als es jetzt. Ach so, dann hatte ich Sie falsch verstanden. Entschuldigung. Okay, dann, ich hatte Ihre Frage auch leicht anders verstanden. Dann, ja, stell noch mal. Weiß ich persönlich nicht. Klar ist, eine militärische Intervention in einem Land, das Atomwaffen hat. ist unfassbar brisant. Aber, das ist noch gar nicht das einzige Problem. Nordkorea hat beispielsweise riesige Geschützbatterien auf Seoul gerichtet, was sehr dicht an der Grenze liegt. Das heißt, selbst wenn es keine, wenn es eine Eskalation oder eine Art Krieg geben sollte und selbst wenn Nordkorea keine Atomwaffen zündet, können sie Seoul mit regulären Geschützen schwerst beschädigen. Da leben 25 Millionen Menschen, das wäre fatal. Also wir haben eine absolute Patz-Situation. Dann ist die Frage, wenn so ein Konflikt, wenn irgendjemand sagt, wir intervenieren in Nordkorea, wie verhält sich, wie verhalten sich die anderen Nationen? Wie wird sich China verhalten? Werden die eingreifen? Das hat also in dem Moment, wo wirklich ein Krieg ausbricht, ich sage mal sogar ein kleines Weltkriegspotenzial wieder. Und das will ja niemand, das will auch Nordkorea nicht. Das heißt, so wie es im Moment ist, wäre es für alle Beteiligten irgendwie recht bequem, wäre kein nukleares Bedrohungspotenzial in Nordkorea. Das heißt, ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass ein Land im Moment in Nordkorea intervenieren wird. Persönliche Meinung. Ich bin aber auch kein Militärtheoretiker, das muss ich auch ehrlich sagen. Ja. Okay, gibt es noch eine Frage? Ich habe die Frage, die Nordkorea, die hier sind, wenn die rauskommen, die können ja eigentlich dann nur koreamisch, Oder können die auch irgendwie noch anders machen, weil das ist ja dann sehr schwer, sich zu integrieren, wenn sie haben. Das ist furchtbar schwer. Ich habe, da ich jetzt seit fünf Jahren im Thema arbeite, mal gedacht, ich versuche mal nebenbei anzufangen koreanisch zu lernen. Ich habe das inzwischen abgebrochen. Die Schrift kann man in drei Tagen lernen, die Sprache und die Aussprache ist unfassbar schwer und andersrum ist das natürlich genauso. Das ist unterschiedlich. Also ich habe Nordkorener in Deutschland getroffen, die relativ gut Deutsch sprechen, die sind aber auch schon länger hier. Ich habe Nordkoreaner getroffen, die nicht in Deutschland leben und gut Deutsch sprechen, weil es Kooperationen zwischen DDR und Nordkorea gab. Und ich habe Nordkoreaner getroffen, die kein Wort Deutsch sprechen und schon seit langem hier leben. Also das ist sehr unterschiedlich. Prinzipiell viele Nordkorener, die geflohen sind, sprechen verschiedene Sprachen, zum Beispiel ein bisschen Chinesisch oder ein bisschen Russisch, denn die können ja nicht direkt herkommen. Wir hatten mal einen Fall, der war zwölf Jahre unterwegs, bis der in einem europäischen Land ankam und hat zwischendurch mehrere Jahre in China gelebt und gearbeitet, hat ein bisschen Chinesisch gelernt, hat ein bisschen in Russland gelebt und gearbeitet, hat ein bisschen Russisch gelernt, der war sprachlich sehr begabt, der konnte alles mögliche. Also schwer zu sagen und ganz unterschiedlich in einzelnen Fällen. Aber wichtig wäre, denen, die kein Deutsch kann, Hilfe anzubieten, denn die können auch kein Englisch in der Regel. Englisch wird jetzt in Nordkorea bei der Elite in den Schulen gelehrt. So ein bisschen wird gedacht, man muss die Sprache des Feindes lernen und das scheint ja auch sehr gut vermittelt zu kriegen, aber das ist nicht die Generation, die jetzt auf der Flucht ist und hier lebt inzwischen. Noch eine Frage, sonst müssen wir glaube ich auch langsam Schluss machen, oder? Nein? Okay. Gut, dann würde ich nur schnell zum Abschieb mich herzlich für Interesse und Aufmerksamkeit bedanken. Wenn ich in Berlin bin, habe ich weniger Publikum an der Uni, ehrlich zu sein, aber verraten Sie das gerne. Ein letzter Hinweis, Sie können über unsere Webseite ab und zu neue Informationen sehen, da wir im kleinen Team arbeiten, ist sie nicht mal ganz aktuell. Sie können auf Facebook gucken, das ist aktueller als unsere Webseite, weil es einfacher zu machen ist. Falls Sie auch Fragen speziell zum Thema Nordkorea haben, wir haben zum Beispiel schon einigen Leuten bei assistiert oder inhaltlich geholfen bei wissenschaftlichen Arbeiten dazu, dass wir da Quellen zufügen stellen, können Sie sich auch gerne uns wenden. Da versuchen wir gerne zu helfen und ja, falls jemand von Ihnen irgendwie das Thema jetzt nicht mehr locker lässt, das haben wir zum Glück schon ein paar Mal erlebt, können Sie sich natürlich auch gerne melden. Wenn Sie irgendwie aktiv werden wollen, findet man wahrscheinlich irgendeinen Weg, etwas Sinnvolles erst mal zu tun. Gut, dann haben Sie vielen Dank und ich habe mich sehr gefreut, dass Sie sehr gute Fragen gestellt haben. Vielen Dank. Danke. Danke. Vielen Dank.